Ja, Chat, was machen wir heute? Was machen wir heute? Wir fahren wieder heute sehr lange Auto. Okay, ohne weil mein Schalter funktioniert irgendwie nicht so richtig. Weg von der Straße! So, ne? Ähm, machen wir. Ich hab ein Lenkrad am Start. Hab mir eins bei Amazon gekauft, während den Prime Days, ähm, weil das ein Angebot war. Ähm, nicht nur für Long Drive, sondern auch generell für ein bisschen mehr Spaß in Zukunft. Vielleicht auch ein bisschen Dark Souls oder so mit Lenkrad, das wird ganz geil, ne? Ich hab auch Pedalen für Gas und Bremse. Ähm, leider Kupplung und Schalten und so hab ich leider nicht hingekriegt. Äh, also ich hab hier so ne hier so ne Schalter, wo ich schalten kann. Ähm, aber ich hab's nicht richtig eingestellen können. Es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Das Auto ist nicht gefahren. Ja, ähm, und in welchem Spiel dreht sich das? Äh, wieder. Der Long Drive. Wie wir das schon hier zweimal hatten. Äh, und zwar ist das ein ziemlich, äh, chaotisches Spiel. Ziemlich buggiges Game. Aber es muss Buggy sein. Das ist die Kunst dahinter. Und wir müssen, äh, so weit kommen wie möglich. Einfach ins Auto setzen und so weit fahren wie möglich. Unterwegs kann das Auto kaputt gehen. Man muss tanken. Aber das alles in einer dystopischen Welt. Ja, das wird wieder ne geile Experience, Leute. Diesmal mit etwas Spice obendrauf. Und zwar äh, gibt es Radios in dem Spiel. Verschiedene Sender, dies, das und so weiter. Und man kann aber seinen eigenen Radiosender machen. Und wir haben jetzt zusammen ein Radio gemacht. Ihr habt mir Dinge eingeschickt. Ich hab ein paar Dinge reingepackt. Ähm, ich hab nichts von euch gehört. Nur so zwei, drei Sachen kurz reingeklickt. Äh, ein paar Kleinigkeiten mitbekommen. Aber Groß, Großteil kenne ich nicht. Was da so abgeht. Ich hab, Poppy hat mir irgendwie fünf, sechs Stück oder so zugeschickt. Ich hab das erste kurz angeklickt. Ist ein Premium. Das war ein Premium. Und Schlucker, Dankeschön für 44 Monate. Mit 44 geht das Leben erst richtig los. Ja, Mann. So. Und Lev, Dankeschön für acht Monate. Ich hoffe, jemand hat mein A-O-D eingeschickt. Jemand? Jemand also? Äh, Kirayami. Dankeschön für zwei Monate. Äh, so. Also hast du meine nicht gehört. Doch, ich hab einen angeklickt. Mh, 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 mh. Ah, es gibt die Toilette, hätte ich reinpacken sollen. Scheiße. Und, oh nein. Ich hab ja gerade noch. Scheiße. Ich habe gerade, während dem Stream, ja, während dem Countdown, hab ich ja gesagt, ich will kurz was aufnehmen. Ich hab's geschlossen. Ich hab's nicht abgespeichert. Naja, egal. Es gibt die Toilette, bekommt dein VOD gemutet. Also ist es okay, dass es nicht da ist. Oder so. Und Kasuru, Dankeschön für 51 Monate. Tier 3. Du Legende. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. So. Dann wollen wir losfahren, Leute. Eine neue Fahrt. Neuer Spaß. Mal gucken, was heute Rekord wird. So. Wenn du heute wieder nur läufst, heulich. Ja, ich hoffe, wir werden heute nicht wieder nur laufen. Ich kann aber auch nichts dafür. Da, Rekordchat war letztes Mal 151 Kilometer. Das war letztes Mal Rekord. Hunger, Durst, brauchen. Ne, Hunger, Durst muss an, ne. Biom ist mixt. Autoklatsch, Autoshift. Ist alles in Ordnung. Jo, jo, jo. Jorg, gang. Dankeschön für sechs Monate. Freak. So. Nimm wenigstens Radio mit, wenn du laufen musst. Wir werden heute genug Radio hören. Keine Sorge. Wir werden nicht zu wenig. Wir werden wahrscheinlich heute so viel Radio hören, dass es mittlerweile sich alles wiederholt und nur noch nervig ist, wie bei Übermenschradio. Ja. So. Wir resetten das wieder. Zack. Damit wir dann wieder sehen können, wie viel ich gefahren bin. Und dann würde ich sagen, ist alles richtig. Ich habe, by the way, hier gemerkt, Leute, man kann noch den Player hier verstellen. Ich kann meine Haarfarbe ändern. Come in the morning. Ich bin Jepsecti-Guy, Alter. Hier. Leute, so. Ich bin Neuro-Divigent. Oh, ich kann auch Glatze machen. Oh, Leute, ich kann mein Skin verändern. Ich kann das nicht ändern. So. Der sieht doch hübsch aus. Shirt können wir auch ändern. Was passt zu so einem Hautton? Ja, sowas irgendwie, ne? Ja, bisschen bleicher, so. Grelles Gelb würde passen, meinst du? Ah, stimmt. Das sieht echt gut aus. Panzus. Alter, geil. Eis. Ja, die Augen sieht man eh nicht, ne? Äh, Schuhs. Nee, der Mastisch muss schon, ne? Das ist einfach Fashion Souls, halt wirklich. Äh. Ich kann mich auch... Oh, es gibt eine Female. Oh, lol. Lass heute Female spielen, Leute. Wir waren immer ein Typ. 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 Jetzt muss ich wieder neu einstellen. Ähm. Typ. Die schaut nicht unbedingt so aus, als hätte sie Bock auf diese Reise, oder? Die schaut nicht so, als hätte sie Bock auf diese Reise. Ich hoffe, sie summt auch anders. Und röpst und furzt anders. Boah, weißes Nike. Boah, das kommt richtig böse. Ja. So. Geil. Okay. Äh, ja. Dann würde ich sagen, fangen wir an, ne? Holy shit. Äh, Seed. so wenn ihr gerne mitspielen wollt chat hier ist es sieht beim deinen chat ihr werdet jetzt alle mit mir spielen oder perfekt grüße hallo das ist das 187 vorne kann ich selber reinschreiben 187 187 1 ok das ist jetzt der der seat so viel spaß mit dem seat let's go es gibt den multiplayer ja so ja chat wir fangen wieder wie gewohnt damit an erst mal uns das auto erst mal anzuschauen die haube ist ein bisschen hässlich aber das werden wir gleich schon ändern können by the way wie konnte man noch mal summen okay also röps und furzen tut sie immer noch wie ein mann okay das vielleicht nicht aber wir gehen noch mal summen und ich esse gerade p ne p war pissen caps lock okay da hat sich nichts geändert wo wäre geil das hätte ich vielleicht auch schauen können vielleicht kann man das kaste meisen also nicht in dem spiel selbst aber irgendwie in den files des spiels oder so dass man diese diese sound files ändern kann oder so dass ich das dann ändern könnte in den dateien bestimmt dann könnte ich das ändern zu wasser kochen rein oder so keine ahnung okay was haben wir denn hier so schönes wir haben ein auto mit mit wo ist der tank der motor ist bei dem auto hinten okay wir haben eine kühlung noch drin wir haben öl auch noch etwas drin wo tankt man denn so ein auto wenn das ding vorne ist er hinten ist wenn motor hinten ist dann gutes auto und wir haben kupplung leute äh kupplung anhänger kupplung wo tankt man ist ach hier vorne ja wir brauchen gas ist fast leer mal gucken ob wir irgendwo noch gas rumstehen haben hier haben wir öl erst mal wieder die steuerung lernen das können wir hier direkt rein kippen das können wir hier direkt rein kippen so nerd crime dankeschön für vier monate wir haben öl nein nicht 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 motor rausholen ich will den tank zu machen so mal gucken ob wir den gleich mitnehmen was haben wir hier hier ist noch mehr öl drin hier haben wir wasser und gas zwei liter guck mal hier haben wir schon mal ein bisschen gas ich hoffe wir haben im keller ein bisschen mehr ok was war das auf einmal ein freeze werde ich gerade invaded werde ich gerade invaded so hier haben wir ein bisschen was zu essen mit by the way hier und da unten auf der anderen seite könnt ihr meine stats sehen das leben äh hunger und durst wenn die leer sind dann muss ich mich drum kümmern sonst me dead ja wenn ich gleich beim bonfire bin kann ich kurz testen ob ich mich hinsetzen kann gehen wir kurz in den keller schauen ob da noch vielleicht gas ist hier ist alkohol drin diesel ja wir können theoretisch das ding hier mitnehmen das sind 23 liter diesel wenn wir unterwegs ein auto finden was diesel braucht dann haben wir schon mal für einiges an liter führen einige kilometer am start so wir brauchen auf jeden fall taschenlampe wieder die equippe ich so ich bin so ein leidender junge nie bekomme ich liebe und zu essen ich bin so ein leidender junge guck mich an ich bin biakko ich soll den ganzen tag nur rum äh 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 so klingst du so das katana leute brauchen wir auch hallo wo war das katana da hinten hier den schlauch nehmen mit auf jeden fall zum umfüllen ähm wie wechsle ich das in einen anderen slot wie wechsle ich das nochmal in einen anderen slot ähm wie wie pack ich das in den slot rein ähm ich habe keine ahnung wie ging das nochmal ich hab die steuerung vergessen leute wie equippe ich das ähm 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 äh äh rotate move rotate nee tab geht nicht ich kann ja komischerweise gerade nicht mein slot wechseln achso äh ja reden wir nicht drüber ja ich habe die ganze zeit am mausrad gedreht wie in richtigen videospielen und der hat nicht gewechselt es geht hier nur mit der statur ist okay chill halt so einmal können wir auch mitnehmen zum umfüllen ist das ganz nett jump scare so lass mal kurz das ding rausfahren damit wir ein bisschen mehr platz haben und uns das auto genau anschauen können ob wir irgendwas ändern müssen oh ich fahre gerade mit der statur wie gewohnt so äh okay dann schauen wir uns mal das auto an ne ja muscle memory einfach hier der reifen ist schon ziemlich hin der reifen ist noch halbwegs okay der sieht super frisch und neu aus ja dann lass den einen hier wegpacken und den hier neu machen ähm so 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 die drahtbürste habe ich immer noch nicht gecheckt wie die genau funktioniert die kann ich equippen ah ich muss die equippen damit das funktioniert alter das geht kriege ich das noch ganz blank ne ganz blank kriege ich es nicht so funktioniert das in real life auch Leute ich meine du kannst damit schon Rost abkratzen ich meine ich kenne das halt von von auch von äh von meiner Ausbildung noch aber damit kriegst du auf jeden Fall kein Lack zurück das auf jeden Fall nicht aber ja mit so einer Drahtbürste Rost abkratzen das ist das ist ein Ding ja so ähm ja cool wenn das geht dann nehmen wir es mit ne nein du sollst nicht nein nicht die ähm ich will das ablegen so ähm okay den Eimer wollte ich noch mitnehmen so ähm dann auf jeden Fall Proviant wieder mitnehmen ne Binokular ganz wichtig das packen wir aber vorne rein was mit dem Diesel ja das überlege ich noch warum ist da nichts drin wo ist nichts drin so nehmen wir ein Binokular mit so äh und dann packen wir die Taschen Moment ich hab draußen noch nicht geschaut ne was hier so draußen noch rum steht ähm das halbfertige Motorrad wie immer ne ähm DG so was haben wir hier Wasser Wasser ist stark Leute Wasser ist stark das ist sehr viel Wasser das nehmen wir mit auf jeden Fall ähm aber ich kann nicht zwei Kanister gleichzeitig mitnehmen ne lässt sich Benzin nicht auch mit Alkohol strecken keine Ahnung ob es zum Spiel geht wenn du das meinst wenn das Auto gleich kaputt geht und ich muss dann wieder den halben Stream nur noch laufen dann bann ich dich so ich hab's gesagt wo war denn mein Tank nochmal der Long Walk heute gibt's kein Long Walk heute ist Long Drive ähm kannst du mir mathematisch das ausrechnen ab wann äh löst sich quasi Gas aus auf machen wir 50-50 50-50 was sagst du du als Autoprofi du als Autoprofi was sagst du mehr 10% also 10% Gas und 90% Alkohol gleich mach's bumm das wird so schief gehen nee andersrum okay dann lassen wir das erstmal so ähm ich muss noch Essen packen Leute diesmal keine Tasche dabei gibt's hier keine Tasche diesmal wo ich mein Essen reinpacken kann oh nein wie keine Tasche wie keine Tasche oh hier ist noch die ganze ich kann doch nicht das Essen da so jetzt einzeln reinlegen gibt's kein Doggo äh Giraffe haben wir Giraffe Giraffe ist auch cool äh ja da muss ich wohl alles so einzeln einpacken ne kann man in den Kisten eine Tasche spannen ich mein ich kann halt diese diese Kiste hier mitnehmen aber sobald ich irgendwie scharf um die Kurve fahre dann fliegt eh alles raus ne guck mal hier ist noch ein Reifen wir hatten irgendwo hinten noch einen gammligen Reifen gehabt der vorne war das glaube ich es ist verwirrt mich so hart ne dass dass der Motor hinten ist haben wir nicht irgendwo einen ranzigen Reifen gehabt ne die sehen alle in Ordnung aus der sieht ein bisschen mitgenommen aus aber der sieht jetzt ist auch nicht so viel besser ne ne ist auch nicht wirklich besser obwohl ich glaube der hat ein bisschen mehr Profil Hallo 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 Hi Duke Pichero Picasso Der erste Tag endet schon. Ich bin immer noch hier. Ich bin immer noch hier. Geht das bei den Dingen nicht? Doch. Geht. No am Trödeln. Ja, die Fahrt muss man auch gut vorbereiten. Die ist wichtig. Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. So. Schüsseldienst. Dankeschön für die vier Monate. Wieso geht das nicht mehr? Ist meine Drahtbürste abgedrahtet? Ich glaube, meine Bürste ist kaputt, Leute. Die ist nicht unendlich. Die ist endlich. Fertig. Die ist fertig. Da ist kein Draht mehr dran. So, ja. Wir müssen immer noch Essen packen. Ja, dann lege ich das Essen, denke ich, lose rein. Also, ich mache es in den Korb, damit ich nicht zehnmal laufen muss. So, zwei geile Beefy's. Ein Croissant. Na 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 Schade Imagine, dein scheiß Autogame hat eine bessere Taschenlampe als Slenderman The Arrival Ähm So Ist nicht viel Essen Ist leider nicht viel Essen Ja, ja Ich denke schon an Wasser Kann man die hier eigentlich aufmachen? Nee, ne Nein, den Korb Vorsicht Sei bloß vorsichtig Sei bloß Vorsichtig So Ähm Das war Alkohol Wo hatten wir jetzt noch Wasser gehabt? Hier, ne, oder? Ja, fünf Liter Wasser Ich glaube unten im Keller gab es mehr, oder? Nee, hier gab es nur Diesel Hatten wir wirklich nur fünf Wasser? Äh, fünf Liter Wasser? Stimmt, draußen war noch ein Fass Du hast recht Nein, 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 nein! Bleib bloß vorsichtig Kann man Benzin mit Wasser strecken? Ich kipp da jetzt nicht noch irgendwas anderes rein, okay? Wir haben da jetzt schon Alkohol drin 50% Wir nehmen den Diesel gleich mit und hoffen, dass irgendwie ein Dieselauto kommt oder vielleicht finden wir gleich noch ähm etwas Benzin Teste mal lieber ob der Wagen überhaupt geht Ja, ich kann nichts ändern, wenn er nicht geht, dann geht er halt nicht dann können wir nichts machen Dann ändert sich ja eh nichts an der Situation Dann laufen wir halt Laufen kennen wir So, ist leer, ne? Moment, wie viel wie viel Diesel ist da drin? Ah, ich hab ihn draußen gestellt Wie viel Diesel ist drin? 23, dann lass das lieber den kleinen machen Was war hier noch drin? Öl Hier ist noch Öl, Leute 20 Liter Wasser 20 Liter Wasser reicht ja vorerst, ne? Da muss ich nicht den großen mitnehmen Nehmen wir noch ein bisschen Öl mit Ich hab Hunger jetzt schon Ich hab jetzt schon Hunger Ach du Scheiß Ich bin zu lange in der Vorbereitung, Leute Ich bin viel zu lange in der Vorbereitung Wir haben kein Essen mehr Okay, ein bisschen haben wir noch Viel zu viel Vorbereitung für ein Auto, das gar nicht fahren wird Das wird fahren So Da ist jetzt noch 5 Liter drin Kannst du bitte nicht die Taschenlampe einfach anlassen? Wo ist das hin? Ich hab's weggeheated Ich hab's außerdem weggeheated Ach hier Ein bisschen gießen Am Ende werden mir dann genau diese 5 Liter Wasser irgendwo fehlen, Leute Soll da 20 Liter reinpassen Niemals Das Ding sieht voll klein aus Ich glaub du musst per Anhalter fahren Nee Irgendjemand hat im Chat gesagt, man kann Benzin mit Alkohol strecken Alles gut So Ich denk wir sind bereit Nein Nein Ich denk wir sind bereit Wieso funktionieren die Knöpfe wieder nicht? Leute, wieso funktionieren die Knöpfe wieder nicht? Hast ein Lenker funktioniert? Wo ist meine Pedale? Okay, das funktioniert Aber wieso funktionieren meine Knöpfe wieder nicht? Okay, Licht geht Hupe geht Leute, wieso geht das Auto nicht an? Ist ein Diesel? Was ist die Anzeige da? Mein Tank ist leer Okay, ich glaub meine Settings haben sich wieder resettet Moment Nee, das ist richtig Break? Nee, ist auch richtig Okay Wenn ich da Alkohol rein kippen würde Würde es auch nicht gehen Also wurde ich jetzt verarscht Mit Alkohol geht das gar nicht Also fährt doch Wo ist das Problem? Fährt doch, oder? Und Jane Poole zum Turnier der Hand auf In einer Sänfte mit Vorhängen von gelber Seide Die so fein war, dass man durch sie hindurch sehen konnte Die ganze Wald war wie in Gold verwandelt Jenseits der Stadtmauern waren 100 Zelte am Ufer des Flusses errichtet worden Und das einfache Volk kam zu Tausenden Um sich die Spiele anzusehen Der ganze Prunk raubte sanzerförmig den Atem Die schimmernden Rüstungen Die mächtigen Schlachtrosse Herausgeputzt in Gold und Silber Der Jubel der Menge Die flatternden Banner im Wind Ähm Wieso fährt der rückwärts, Leute? Warte Warte, hier, ich glaub, ich muss Auf 1, glaub ich, setzen, so Und die Ritter selbst Vor allem anderen Die Ritter Vor allem anderen die Ritter Es ist besser als in den Liedern Flüsterte sie Als sie die Plätze fanden Die ihr Vater ihr versprochen hatte Zwischen den hohen Herren Damen Sansa war an diesem Tag Ganz wunderschön gekleidet Mit einem grünen Kleid Welches das Kastanienbraun ihres Haars hervorhob Und sie spürte, wie man sie ansah und lächelte Sie sahen die Helden aus Hunderten von Liedern herbeireiten Jeder noch glorreicher als der vorangegangene Die sieben Ritter der Königsgarde kamen auf den Platz Bis auf Jaime Lannister Allesamt in Rüstungen von milchiger Farbe Kann er bitte die Schnauze halten? Wie mach ich Radio aus? Wie mach ich Radio aus? Darunter war er von Kopf bis Fuß aus glänzendem Gold Mit einem Löwenkopf Wie mach ich Radio aus? Sir Gregor Clegane Der reitende Berg Wieso ist E und Mausdust the change FN? Zu Gast im Winterfell gewesen war Seine Rüstung ist Der steht On Off Es funktioniert aber nicht Mit eingravierten Zauberrunen Die ihn schützen Flüsterte sie zu Jane Sie hat geflüstert Seppter Ja Hörprobe Dies war eine Hörprobe von George RR Martins Das Lied von Eis und Feuer Band 1 Gelesen von Kejai Wie kriege ich jetzt Alkohol da raus? Oh nein Oh nein Ist Rückwärtsgang drin? Ist Rückwärtsgang drin? Ist Rückwärtsgang drin? Ist das auch nicht Da ist halt dieses Bei Tank ist halt fast leer Und ich weiß nicht was diese Anzeige bedeutet Tank fast leer? Die Lampe für Rückwärtsgang leuchtet Die Lampe für Rückwärtsgang leuchtet Das ist doch keine Lampe für Rückwärtsgang Wo siehst du eine Lampe für Rückwärtsgang? Rückwärtsfährt er jetzt auch nicht Warte Hitze Aber ja er fährt von alleine immer ein bisschen nach hinten Die weißen lichten hinten im Kofferraum Steig doch raus Tatsächlich Hä? Aber wieso Leute? Moment Ich mach mal kurz Breaks aus Mir fällt trotzdem nach hinten Ich muss nicht schalten Ich hab's ausgemacht Hör auf zu sagen ich muss schalten Hier funktioniert Wenn ich Gas drücke steigt die Leiste Wenn ich Bremse steigt die Bremse Wo war hier nochmal? Hier Keypad minus Keypad plus Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Okay Leute pass auf Pass auf Ähm Ich mach mal kurz alles aus Um zu gucken ob es daran liegt Ne es liegt nicht am Lenkrad Er hat nicht genug Kraftstoff Du wolltest nicht Ich hab ein bisschen was drin Und das ist ja Das stimmt schon Das hier hinten Ne jetzt leuchtet's nicht mehr Alkohol hat's zerstört Na ist berghoch Vielleicht ist das doch ein Dieselauto Sollen wir vielleicht Diesel rein kippen? Ansonsten müssen wir wieder laufen Was ist dieses Klick, Klick, Klick und Klack einfach die ganze Zeit eigentlich? Es ist der Alkohol Es ist der Alkohol Ja ich darf nie dem Chat eigentlich vertrauen Chat labert immer scheiße Sehe ich ja gerade wieder bei meinen Lenkereinstellungen Wo ist denn mein Schlauch? Oder hab ich den noch ausgerüstet? Ich hab den noch ausgerüstet Ich meine wir können mal probieren Vielleicht fährt das Auto mit Diesel Vielleicht ist es Hybrid Vielleicht ist es Hybrid Hybrid bedeutet bestimmt es kann mit beidem fahren oder? Wie lange elektroauto das kann doch nicht sein mann dass das heute wieder einfach direkt schon mit einer katastrophe anfängt man kann ich irgendwann long drive normal spielen jetzt geht's gar nicht es ist ein benzin auto mann nie auf den chat hören nie auf den chat hören halt wirklich immer einfach das machen was man kennt funktioniert immer besser ja leute erster versuch erster versuch heute des heutigen tages ist ein kilometer ab jetzt kannst du noch besser werden soll ich mach diesmal schnell ok motor ist vorne wir haben kühlung drin wir haben 98 achso wir haben 0,5 liter drin wasser gas hier ist noch ein bisschen gas ok müssen wir damit arbeiten vielleicht haben wir glücke und im keller ist noch gas ist glaube ich nie im keller gas oder es ist immer das gleiche es ist immer diesel und ich werde da kein alkohol rein kippen lass mich in ruhe mit deinem alkohol du alkoholiker ich bin wieder schon eine stunde im game drin oder so und wir sind ein kilometer gefahren ich werde da kein zehn prozent alkohol rein tun er pisse ich da rein ich glaube die kanister sind immer die gleichen kann das sein egal was für ein seat du hast die kanister sind immer die gleichen nein nö ich glaub dir nicht ich hab gesagt ich glaub dem chat jetzt nicht mehr kannst du mir sagen was du willst ich glaub dir kein wort zwei verschiedene seats aber alle container sind wieder dieselben also lügst du ich hab recht so ändert sich die map mit jedem reset ja es ist ein roguelike das ganze äh hast seats das ganze äh hast seats hier ist noch ein hübsches radio so ähm ja essen muss ich wieder lose mitnehmen ne hier mit nem korb irgendwie haben die die taschen rausgepatcht es gibt keine taschen mehr leute diesmal ist wieder doggo dabei und wieder an derselben stelle krieg ich wieder ein freeze okay die freezes sind nicht gerandomized die sind immer fest gescriptet so ein bisschen schneller diesmal sein damit wir nicht so viel zeit verschwenden nein nicht das bett das bett brauchen wir nicht geschlafen wird im auto für den wipe nimm das bett mit Taschenlampe Stahlbürste kann man mitnehmen So und einmal Katana oben Und den Schlauch oben Hier haben wir wieder 40 Liter Wasser Wasser müssen wir gleich auch noch mitnehmen Nein Wasser habe ich schon aufgeladen Ja Habe ich schon Wasser aufgeladen? Ja doch habe ich Nimm den Schlauch Ja gleich geht es los Gleich geht es los Gleich geht es los Gleich geht es los So Oh Haben wir sonst alles? Das war Diesel Das war Wasser Das andere war auch Wasser Okay Schaffen wir dies noch ein paar Kilometer mehr? Wir müssen kurz Reifen wechseln Das auch noch ganz schnell Okay Ah den Eimer Nicht vergessen Sei bloß Vorsichtig Autopippen können wir unterwegs Ne Auto pippen können wir unterwegs Wieso? 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 neu starten und ich bekomme wieder kein Auto, was fährt. Ja, wir können noch Diesel probieren, theoretisch. Nee, komm, scheiß drauf, bevor ich jetzt wieder umfülle. Na, ich mach schon wieder Continue. Ja, ich probiere gleich direkt, ob das Auto geht. Ui, ein Käfer. Der Bumi geht. Okay, jetzt nochmal dasselbe. Aber der ist halt voll klein. Wo ist überhaupt in dem kleinen Brummi der Tank? Der Motor ist auch hinten. Öl. Wo ist die Kühlung? Hat er keine Kühlung diesmal? Diesmal andersrum? Keine Kühlung diesmal? Oder muss so ein kleiner nicht gekühlt werden? Jetzt Attacke, ja. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier der Tank? Wo ist in so einem Käfer der Tank? Da! Äh, ist wieder Gas. Wir haben hier wieder Gas. Oh, wieder das Gleiche? Hm. Nee, die Tanks sind jedes Mal anders, ne? Ja, Hauptsache es funktioniert. Aber wir müssen es auf jeden Fall, ähm, äh, irgendwann wechseln. Weil das können wir nicht ewig mitnehmen. Weil da können wir halt nichts lagern und wir brauchen viel Platz. Oh, diesmal ist eine Tasche dabei. Nice. Okay, schon mal der beste Run. Wir haben funktionierendes Auto und wir haben eine Tasche. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, oder? Nein, nicht das Bett. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. So, wir müssen kurz Wasser auffüllen. Oh, was? Hier ist schon wieder Wasser? Hä? Ich dachte, das ist jedes Mal was anderes. Da sind Ziggis. Ja, wir sind nicht Raucher. Wir sind nicht Raucher. Okay. Was meint ihr? Sind im Keller zufällig 23 Liter Diesel und 40 Liter Alkohol? Was meint ihr? Ich bin Raucher. Ich bin Raucher. Ich brauche meine Ziggis. Ja, dann wirst du wohl auf dieser Fahrt einen geilen Entzug erleben. Huch. 40 Alkohol. Huch. 23 Diesel. Lol. Ich habe einfach in die Zukunft gesehen. Okay, Leute. Diesmal fahren wir wirklich, okay? Diesmal fahren wir wirklich. Nein, ich hau nicht den Alk in den Tank. Ich bin eine Stunde am Spielen und ich bin immer noch am Anfang. Wie weit sind wir? Ja, genau soweit. Katana und Schlauch muss ich noch holen. Da eine Reifen. Zwei Reifen sind ziemlich ranzig. Wir haben vier Reifen. Geh rein jetzt. Leute, der geht nicht rein. Hä? Hä? Ist er zu groß? Okay, vielleicht ist er wirklich zu groß. Ja, er ist zu groß, ne? Okay. Äh, gut. Haben wir alles. Hab ich zugemacht? Ne. Haben wir alles. Wir haben kein Wasser. Äh, kein Diesel. Und Dachboden. Und Dachboden, ja genau. Okay. So. Hat er mir Magic Karten bestellt und sind jetzt irgendwo, weil die einen falschen Weg genommen haben. Gebraucht oder was? Gebraucht oder was? Ebay? Ok. Wir sind fast ready, Leute. Junge, wenn das heute schon so anfängt, was soll das heute wieder werden? Das fängt schon so katastrophal an. Kannst du über die Rampe fahren? Nein, ich werde nicht über die Rampe fahren. So. Steigen wir was Interessantes drin? Wenn ich die Rampe benutze, ist unser Auto wieder kaputt und dann können wir wieder neu starten. Wir werden nicht die Rampe benutzen. So, ich hole auch die Giraffe jetzt. Da sind wir alle zufrieden, oder? So, da ist die Giraffe. So. Sind wir jetzt bereit? Das Ding hat kein Radio? Das Ding hat kein Radio. Wieso hat das Ding kein Radio? Weird. Auto ohne Radio. Noch nie gesehen. Okay. Leute. Die Fahrt beginnt nun offiziell. Oh mein Gott. Oh Mann. So, Digga. Jetzt geht's los! Die Fahrt beginnt in Lieblings. Jetzt denke ich nachdem, die alten Zeit habe mich übergelebt. Aber ich bin glaube ich, dass es immer etwas, was ich hat gemacht. Aber ich will nicht in diesem Weg leben. Leidend auf jeden aussehen, du sagst. you said that you could let it go and I wouldn't catch you hung up on somebody that I used to know but they couldn't have caught me up make it all never happen that we were and I don't even need your love but you treat me like a stranger man okay no you don't have to stop so no have your friends select your records and then change your number I guess that I don't need you though now you're just somebody that I used to know somebody that I used to know okay now it's going I used to know somebody that I used to know somebody that I used to know alter banger song that's the giga chat song yeah that's the guy cool can you hear the silence can you see the dark can you fix the broken can you feel can you feel my heart can you feel my heart can you feel your hope allones what was it that's a video game can you film my wildest soul Will you wait for me? I'm sorry brothers, sorry lover Forgive me father, I love you mother Can you hear the silence? Can you see the dark? Can you fix the broken? Can you feel my heart? Yeah! Can you feel my heart? Can you feel my heart? Oh my god! Wieso verlier ich mit dem Auto so schnell die Kontrolle? Das sind die Reifen, ne? Die Reifen sind scheiße, ne? Spürst du es? Ich frage dich, spürst du es? Wenn du es spürst, dann ist jetzt die Zeit gekommen, das zu tun, was auch immer du denkst, du tun musst. Nein, meine Fahrze geht es nicht. Ich fahr nicht immer so schnell. Und dann verliert komplett die Kontrolle. Ja, Fernlicht! Nichts! I can't drown my demons, they know how to swim. I'm scared to get close. And I hate being alone. I long for that feeling to not feel at all. The higher I get, the lower I sing. I can't drown my demons, they know how to swim. Und du musst dich die Pedale anders hinstellen. Die sind echt ungemütlich. Guck, ein bisschen. Can you hear the silence? Can you see the dark? Can you fix the broken? Can you feel my heart? Can you feel my heart? So, was läuft am Horizont? Das sind Sterne. Oh, caught in a bad romance. Oh, 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 oh. Caught in a bad romance. Let's go! Ich denke, dass das, was ich tun muss, ist, Geld zu geben. Alter! Und ich frage mich, ob der Satz so richtig geschrieben ist. Der ist perfekt geschrieben. Dankeschön, für die 5 Euro. Das Auto lässt sich irgendwie so scheiße fahren. Langsam kann aber auch irgendwie was Neues kommen, da kommt was, da kommt ein Haus. Da kommt was, ich hoffe Benzin. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Oh, ein Fahrrad. So, was haben wir hier? Äh, wir haben auf jeden Fall ne Kackwurst. Okay. Noch mehr ne... Okay, hier hat jemand komplett durchge... Oh mein Gott. So, hier steckt einfach ne Tür drin, ne LKW-Tür. Okay. Hier ist neues Auto, Leute. Was ist das für eins? Diesel? Diesel? Hoffentlich Diesel? Ich find den Tank nicht. Ich find den Tank nicht. Guck mal, da ist schön hinten viel Platz, ne? Wo ist der Tank schon wieder? Ja, der Käfer sieht cooler aus, aber der hat mehr Platz und wenn der halt ein Diesel ist, dann nehmen wir den, aber ich find den Tank nicht. Da ist der Fuel Tank. Da ist einfach nur Wasser drin. Da hat jemand einfach nur Wasser... Oh! Haben wir hier irgendwie noch Sprit drin? Da ist noch ein Container. Das sind Würste. Die sind sehr gut. Die haben viel Vitamine. So. Da ist Schinken. Ich leg das mal hier auf den Parkplatz. Wo kommt der denn jetzt her? So. Man, wer hat die ganze Scheiße hier reingelegt? Munition brauchen wir nicht. Da ist irgendein Behälter. Kühlung, aber leer. Der Reifen ist auch zu groß, oder? Ja, ist auch zu groß. So neue Reifen werden ganz gut, weil meine sind echt scheiße. Hier ist irgendein Motor. Wolltest du nicht gucken, ob die andere Karre fährt? Die hat im Öltank, äh, im Benzintank nur Wasser drin. Ich denk das Ding wird nicht fahren. Sind die klein genug? Außer es ist ein wasserbetriebenes Auto. Ja, die scheint gut zu sein. Ja, die scheinen gut zu sein. Oh mein Gott, ist das hier alles kacke. Da ist Brot. Oh mein Gott, ist das alles kacke hier. Ist der klein? Aber auch voll enorm jetzt. Der ist auch klein. Aber ich glaube, immer noch größer als die hier. Ja, er ist größer. Okay, ja, es scheint hier nichts großartig zu geben, Leute. Leider kein Benzin. Okay, Flaschen platzen. Leider kein Benzin. Ja, ich kann gleich kurz schauen, wie viel wir noch haben. Das ist ein Schinken. Das schmeckt völlig fein. Oh, oh, oh. Fein, 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 fein. Doch das Schwein, dem geht es nicht mehr so fein. Denn es ist tot. Tot, tot, das Schwein ist tot. 2,4 Liter. Ja, zum nächsten Station schaffen wir noch. Kühlschrank? Alter. Alter. Kann sein, dass noch auf dem Dach was ist. Oh, ein kleiner Stack zwischendurch. Ein Keksi. Könnte sein, dass auf dem Dach noch was ist, ne? Da ist eine Drahtbürste. Junge, wie ranzig dieses Auto aussieht. Da ist auch nichts. Noch mehr Schinken. Leute, also was Essen angeht, kommen wir die nächsten 100 Kilometer klar. Das Fahrrad hat Wasser. Überall ist hier nur Wasser drin. Ist wahrscheinlich, Benzin zersetzt sich irgendwann nach Jahrhunderten und dann wird das zu Wasser, ne? Das ist wieder ein neuer Reifen. Wollen wir noch einen Gammelreifen? Der ist der gammligste, ne? So, ja, fahren wir weiter, ne? Die haben alle einen Wasserstoffmotor. So funktioniert das nicht. Lasst uns weiterfahren. So. Ja, die Ausbeute war nicht so krass, wenn es um Benzin geht. Aber Essen, ne? Essen war gut. Essen war gut. Wieso kommen eigentlich nur meine Songs? Wie war ist diese Szene? Yo, berg runter, Leute! Richtig Speed! Spritzbahn. Okay, ich mach Auto aus. Ich fahr in die richtige Richtung. Kannst du immer daran sehen, dass die Maste immer rechts sind. Die Strom und Mäste. Wieso kommen denn nur meine Songs? Nee, ich hab extra alle durcheinander benannt damit, dass es keine Dinge gibt. Und meine heißen ja auch nicht 1, 2, 3, 4, 5. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever. Peaches will bring one dark. The scars of all remind me of us. They made me thinking that we almost had it all. The scars of all love. They leave me breathless. I can't help feeling. We could have it all. Rolling in the deep. You had my heart inside of your hands. And you played it to the beat. Baby, I have no story to be told. But I've had one on you. And I'm gonna make your head burn. In den Horizont fahren. Mit geiler Musik. Einfach geiler Tag. The scars of all love. The scars of all love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love. They leave me breathless. I can't help feeling. Wir brauchen einen Tankfüllung, Moles, Benzin. Äh, das ist Adele, das hörst du gerade. Rolling in the Deep von Adele. Welch von der Straße da? Ja, wir können es alles haben. Wir können es alles haben. Es alles, es alles, es alles. Wir können es alles haben. Yeah, 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 yeah. Also langsam aber sicher kann irgendwas kommen, ne? Da ist ein Turm und da ist ein Haus. Ey, schon wieder mit Ansage kommt was. Oder ist das ein Haus? Wir haben gar keinen Außenspiegel, merke ich gerade. Das ist ein Haus. Eine Tanke ist das. Ja, scheiß Taschenlampe. Was kriege ich für 300 Euro? Meine dicke fette Salami, Alter, in dein Maul. Dono Goal! Das war nicht von mir eingereicht. Das ist auch nicht meins. Okay, was haben wir hier so Schönes? Haben wir Sprit? Empty. Boah, das wäre auch cool, wenn man die Voices selber machen könnte. Von denen. Ja, ich muss aus dem Auto aussteigen. Deshalb mache ich das Radio aus, ihr Opfer. Was für... Was für... Ich mache absichtlich aus, weil nicht mein kommt. Ich nehme nicht mit. Wir fahren heute so viel. Entspannt euch. Wir werden genug von dem scheiß Radio bekommen. Das ist der Long Drive, ja? Wir fahren ganz viel. Chilled. Irgendwie ist das ziemlich scheiße hier. Ich hoffe, im Schuppen draußen ist noch was. Und auf dem Dach habe ich irgendwas leuchten gesehen. Ach, das war das Ding, hat geleuchtet wahrscheinlich. Da ist ein Auto! Boah, 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 boah. Ein Revolvy? Ah, das hat hier geleuchtet. Das Auto ist nicht gespawnt. Alles gut. Das Auto ist hier. Es wird nicht despawnen. So schnell geht es nicht weg. Da, Leute, da ist ein Kanister. Komm schon, komm schon, komm schon. Gas! 1,7 Liter. Oha! Starki! Wir können noch ein bisschen weiter fahren. Das Katana macht mich nervös. So, was haben wir hier für ein tolles Auto? Hier ist auf jeden Fall noch ein Kühler. Was ist das? Ach, so eine Lampe. Da ist noch ein Brötchen. Junge, wie rostig er ist. Schinken! Wir haben schon viel zu viel Schinken eigentlich, ne? Also, wenn ich das Auto nicht verliere heute, dann haben wir Essen für den ganzen Stream. Da ist noch mehr Benzin. Ist auch Wasser drin. Das ist kein Buch. Kennst du nicht diese, 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 diese Dingensschinken? Dieser, dieser Block-Schinken, dieser Geräucherte. So sehen die aus. Die können alle nicht vernünftig tanken. Ja, die sind alle so wie ihr hier im Chat. Mach doch mal, mach doch mal Alkohol rein. So. Lass uns dann einen Schinken mitnehmen. Und dann hauen wir ab, ne? Hat das Auto einen Außenspiegel? Das hat einen Außenspiegel. Lass es den Außenspiegel mitnehmen. Hallo? Nein. Nice. Yeah. So. Okay. Schinken nicht vergessen. Und dann verbringen wir jetzt die erste Nacht auf der Straße, Chad. Die Sonne geht unter. Hier gibt es sonst wirklich nichts mehr Interessantes, ne? Meine Reifen sind noch gut. Kühlung brauchen wir nicht. Wie, Hase! Nicht die Nudel. Komm her, du Schwein. So. Sind wir schon mit dem Auto in der Nacht gefahren? Ich hab wohl geschlafen während der Fahrt. Ist ja auch Nacht, ne? Da schlägt man. So. Ähm. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, Digger, it doesn't even matter. Ich hab eh Keks nicht mitgenommen. Scheiße. Ja, dann fahren wir ohne Keks weiter. Was? Wo ist er hin? Sehr leise, irgendwas mit Penis. Penis? Penis? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Chat, könnt ihr helfen, Reggie seinen Penis zu finden? Oh, mein Schwanz ist so klein. Sind das immer die Dinge, die du denkst, wenn du Sex mit meiner Mom hast? Dann ändere dies jetzt und subscribe bei der Kegi auf twitch.tv slash der Kegi und dein Schwanz ist riesengroß. Oh, mein Schwanz ist so klein. Sind das immer... Aber wie gesagt, vor sechs, vor acht, vor zwölf sind so Motoren, die kann ich da komplett zerlegen. Ich werde jetzt haben wollen, wenn ihr will. Das ist ein Vibe. Das ist ein Vibe. Das ist ein Vibe. Das habe ich noch nie beim echten Autofahren gepumpt. Alles gut, Leute. Ich habe alles im Griff. Ich habe mich am Steuer bestaucht, sie machen Auge, denn die Seiten sind frisch. Gaffer geblendet, denn die Felge, sie blitzt. Man sieht mich meistens sitzen, denn ich kann nicht lange stehen. Darf nicht zu schnell fahren. Na, ist schon jetzt kaputt gegangen. Hupe geht. Licht ist an. Alles gut. Nee, wenn ein Reifen fehlen würde, dann würden wir es merken. Boah, jetzt in einem Audi sitzen, ne? Und Platz, Digga, komm ich um die Kurve, mach Platz, Digga, Skriss, Girl, in meinem Audi, Skriss, Girl, in meinem Audi, Skriss, Girls. Und Platz, Bord, Dankeschön für drei Monate. Willkommen zu Klasch und Rasch mit Hobby. Heute geht es mal um eine super schoperende Aussage von Twitter-Sternchen, der Keggy. Der sagte nämlich in einem kürzlichen Stream, dass er viel zu viel bestellt. Keggy hat nun reagiert, denn er sagte, er wird in Zukunft nicht mehr bestellen. Die Zuschauer trauen diese Aussage nicht so ganz. Und jetzt deswegen eine Umfrage an euch. Denkt ihr, Keggy wird im Drang wieder stehen? Dann schreibt mal die Eins in den Chat. Oder denkt ihr, Keggy wird brechen und bestellen? Dann schreibt die Zwei in den Chat. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Bei Klatsch und Tratsch mit Poppy. Hey, ich hab nicht bestellt. Diese Zwei. Guckt da gerade ein Schinken aus meinem Motor raus? Ja, ja. Jetzt. Heute bin ich schon mal. Ich bin hier. Bis zum nächsten Mal. Just one more hit, and I'll be fine I swear to God, this will be my last time In a crooked little town, there were lots they never found Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground Run away before you drown, all the streets will beat you down Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground When it gets dark in Pigeonheart, what's in my head will soon be fat By the, by the, by the world's shirts that circle round the dead In a crooked little town, there were lots they never found Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground Run away before you drown, all the streets will beat you down Der Spiegel triggert sich, der ist so eingestellt, dass man, dass ich in den Reinkommen kann Sehr, sehr I never wondered, I'd never be caught Ah, Licht aus So So, haben wir hier Sprit Ey, schon wieder Schinken Oh, Sonnenbrille Oh, Sonnenbrille Schon wieder Schinken Was ist das? Das sind neue, neue Lichter Eine Hand Und ein Hut Oha Sick Und Oh, Sprit 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 Spritus Spiritanien Ja Ja Stück für Stück Kommen wir voran Ich hab diesmal echt Glück mit dem Sprit, ne Ich hab diesmal echt Glück Ich war schon lange nicht mehr Kurz leer machen Äh, ja Das snacken wir doch mal, ne So Äh, ansonsten Ach, hier gab's ne Toilette Was ist das? Oh, Kürbisse Es Gab's ein Halloween-Update? Achso, einen Moment, ne Ich verwechsel das immer noch, ne Ich hab die ganze Zeit Fahrt gedacht Ich hab aus Versehen Schinken In mein, zu meinem Motor gelegt Aber das ist ja gar nicht mein Motor Leute, wir haben zu viel Schinken Ich glaub, wenn ich noch mehr Schinken finde Sollte ich nicht mehr mitnehmen Das letzte Schinkenstück Was wir mitnehmen Ja, unser Auto ist zu klein Für den ganzen Schinken Warte, ich hab noch ein Schinkenfach vorne Oh, na Okay Dann lass uns weiterfahren Wieso ist der denn abgefallen? Der ist abgefallen Oh, Leute Wir hatten die ganze Zeit Ein Dingens gehabt Es ist abgefallen Als ich mal einen Unfall gebaut habe Oh Yeah Der Hut Sali, Sali, Sali Sali, Sali Sali, Sali Sali Bonani! Sali Bonani! Sali Bonani, Chat! Aufstehen, Chat! Becker klingelt! Wieso freest das Game heute so oft? You are my fire, the one desire, belief When I say I want it and wait But we are two worlds apart Can't reach to your heart When you say that I want it that way Tell me why ain't nothing but a heartache Tell me why ain't nothing but a mistake Tell me why I never wanna hear you say Tell me why ain't nothing but a heartache 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 True is my one desire I never wanna hear you say I want it that way I want it that way Now I can see that we're falling apart From the way that used to be From the way that used to be No matter the distance I want you to know I want you to know That deep down inside of me There you are There you are My fire The one desire You are You are You are You are You are Don't wanna hear you Ain't nothing but a heartache Death Ain't nothing but a heartache I never wanna hear you say I want it that way Tell me why ain't nothing but a heartache Tell me why ain't nothing but a heartache Tell me why ain't nothing but a heartache Das ist zu viel zu essen Kurt Tell me why I never wanna hear you say Swag. Oh, da nicht reinglitschen, ne? Da kann man sich reinglitschen. Ich spring doch nicht auf den Rang. Ich wollte reinschauen, vielleicht ist irgendwas Interessantes drin. Water, 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 water Water and water and water and water and water... Water and water and water and water... Water and water and water and water... Jetzt ist mein Spiegel jetzt wieder verstellt. Ich seh mein schübsches Gesicht nicht mehr. Wie er mitgeht die ganze Zeit. Bist du eigentlich Einländer oder wieso fährst du die ganze Zeit links? Ich fahre links, weil die Welt gehört mir. Ich fahre, wo ich's will. Wenn ich Bock habe, fahre ich ein bisschen durchs Gras. Wenn ich Bock habe, fahre ich einfach wieder zurück. Die Welt gehört mir. Da könnte hinten was sein. Also mit Lenkrad fühle ich das richtig, Leute. Mit Lenkrad ist das richtig geil. Das ist richtig ein Roadtrip-Vipe. So, was haben wir hier so Schönes? Oh, ein Anhänger. Haben wir einen? Haben wir nicht. Keine Anhänger-Pucklung. Schade. Ich habe noch nie einen Anhänger mitgenommen in dem Spiel. Ich hoffe, wir finden heute noch irgendwie ein vernünftiges Auto. Irgendein Racecar. Wo wir richtig schnell Kilometer machen können. Da ist ein Motor. So, getrunken haben wir. Ohne den Vorrat zu benutzen. Sehr schön. Äh, empty leider. Ja. Auch keine tolle Ausbeute. Irgendwann finden wir bestimmt ein Racecar. Irgendwann, Leute. Irgendwann. Und dann geht's richtig ab. Dann machen wir Kilometer in Sekunden. Anderer Motor, mehr Power. Nee, ich traue mich da nicht. Ich kenne mich mit den Motoren nicht aus. Und dann... Monate geht's. Nein, ich traue mich. Nein, ich traue mich mit. Ich traue mich über die Frage. Ich traue mich nicht mit einem neuen cereisl, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich habe dann vielleicht noch, wenn ich hiermit fertig bin, drei Stunden zu schlafen. Also don't judge me, okay? Ich wünsche euch einfach nur noch viel Spaß mit dem nächsten Song und ich wünsche Keggy eine gute Fahrt. Ja, das ist Sims 1. Caro hat einfach voll die Radiostimme. Und nee, man kann leider nicht Dinge leiser stellen. Und nee, man kann leider nicht Dinge leiser stellen. Deshalb muss ich bei manchen Dingen ein bisschen langsamer fahren, damit wir sie besser hören können. Bei Sims 4 gibt es für Sims 4 gibt es so einen Mörder-Mod. Ist das hier die Grenze ins Ausland? Ist das hier die Grenze ins Ausland? Wurde vor einer Stunde von einem Kumpel angerufen und gefragt, ob ich in vier Tagen und für acht Tage spontan Zeit habe, plus 350 Euro. Wie es scheint, wie es scheint, fliege ich in vier Tagen nach Ägypten. Das ist spontan. Eine Schokolade! Wurde! 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 Bin ich schon voll gesoffen? Ja, ja fast! Wieso trinkt er denn nicht? Wurde! 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 Ä convention! Äh! Keine Ahnung, ob das zu hoch ist, äh zu niedrig ist. Wer kann da nicht raus trinken? Weil du pissen musst! Oh! Oh! Schmeckilecki! Ah, man kann sich übertrinken. Dann ist die Pissleiste wieder voll. Instant. Croissant mit Aroma! Jetzt lass doch alles raus! Hier seht ihr die Leiste gar nicht, ne? Meine Kackleiste seht ihr gerade gar nicht. Okay, ist leer. Ui! Voll gruselig hier, Leute. Einfach halbe Liefel Company. Okay, da geht's einfach runter. Ist hier gar nichts drin in dem Gebäude? So ein großes Gebäude und irgendwie ist hier gar nichts. Gut, da unten ist ein Bus halt, ne? Aber... Ich weiß nicht mehr, wie man den Schrei machen konnte. V gedrückt halten. Falling asleep. Falling asleep, oh. Wenn wir schlafen gehen, dann verliere ich ganz viel Durst und Hunger. Also bekomme ich ganz viel Hunger und Durst. Und eine Nachtfahrt ist ja nicht schlimm. Kann der Bus was? Holy shit. Wo macht man den Bus? Okay, er ist empty. Ja, Bus ist jetzt auch kein Racecar. Der Bus ist zwar cool, da könnt ihr alle mitfahren, aber er ist halt nicht so schnell. Irgendwas ist vielleicht hinterm Bett oder so? Hier ist gar nicht so eine große Station und hier ist einfach nichts, Leute. Ach, Schoki war hier halt, ne? Ansonsten war hier gar nichts. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass ich die Straße weg... Ah doch, die sieht man noch. Die sieht man noch. Tatsächlich einfach gebrochen und wie man merkt, ich hänge immer noch sehr daran und ich finde es einfach schade, ihn nicht mehr zu haben. Aber das soll uns nicht davon abhalten, wenigstens die Songs von den schönen alten Gameplay-Spielen genießen zu können. Und deswegen habe ich hier für euch einen Remix von Pokémon. Viel Spaß dabei. Einfach Late-Night-Radio mit Karo Körperklaus. Jetzt hoffentlich kein Stein im Gebüsch. Ich fahr nicht zu schnell. Sonst knall ich dagegen, dann geht das Auto kaputt. Das war kein Stein, okay? Das war nur so ein Windbeutel. Okay. Back on track! Let's go. Okay. Karo oder im Chat? Habe ich gar nicht gesehen bisher. Buh, buh, buh. Buh, 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 buh. Ach, da bist du ja. So ist schon geschlafen, aber ich bin da. Stark. Sind wir bald da? Musste ich leider enttäuschen, aber wir sind nicht bald da. Wir sind sehr lange noch nicht da. Aber Hunger habe ich auch. Und Stone, danke schön. Dann gibt es ab. Ich glaube, ich habe noch nicht so viel. Wir haben noch nicht die 100er Marker geknackt. Ich bin noch nicht so viel gefahren. Wir sind vielleicht bei... Okay, gut. Habt ihr darauf geachtet, bei wie viel wir gestartet sind da unten? Ich hatte einen kleinen Liris. Dann hatte ich einen großen. Ich hatte eine Glatze. Und dann hatte ich volles Haar. Ich war generell ziemlich whack. Aber plötzlich war ich der Beste. Aber zu welchem Preis? 3,99 Euro im Monat. Der Kegi Saab. Jetzt im Kino. Das ist eine Tür. Das ist eine Garage. Öl. Können wir vielleicht gleich ein bisschen nachfüllen? Eine Wurst brauchen wir nicht. Wir haben genug zu essen. Moment. Empty, schade. Empty? Was ist das? Oh, ich dachte, das ist eine Tröte. Das ist ein Pokal. Eine AK einfach. Hier ist Wasser drin. Oh. Oh, ein Liter Gas, aber gemischt mit Öl. Ich habe Angst, das in unseren Motor reinzukippen. Hier ist Gas drin. Nice. Hier ist auch Gasölmische. Ja, Kühlung. Ich weiß nicht, wie viel Kühlung wir noch haben. Die bräuchten wir auch irgendwann mal wieder. Oh, das ist offen. Oder was? Nirgendwas anderes ist da offen. Der reitende Berg, der reitende Berg, donnerte wie eine Lawine an ihnen vorbei. Sansa erinnerte sich an Lord Jon Royce, der vor zwei Jahren zu Gast in Winterfell gewesen war. Seine Rüstung ist... Aus Bronze. Tausende und Abertausende von Jahren alt. Ja, hinten, ne? Mit eingrabierten Zauberwohnen, die im Schützen, flüsterte sich zu Jane. Sie hat geflüstert, selbst dann. Ja. Hörprobe. Dies war eine Hörprobe von George R.R. Martins. Das Lied von Eis und Feuer. Band 1. Gelesen von Kijai. Oh, ist ja fast voll noch. Äh, wo ist denn der Kühler? Ist das der dahinter? Irgendwie hat der Motor keinen Kühler drin, Leute. Ich meine, es ist geil, ne? Dann brauchen wir nicht auf die Kühlung achten. Hier ist ein Kuhland. Könnt ich da irgendwo reinbauen? Kann man nicht. Nick Danone, Dankeschön für 25 Monate. Vielen, vielen Dank, Mann. In Tier 2, vielen Dank. Das ist auch eine Mische, Leute. Hier ist super viel. Guck mal, Gas und Öl drin. Einfach 17 Liter. 66 Prozent von diesen 17 Liter sind einfach genau das, was wir brauchen. Aber ich habe Angst, das reinzukippen. Denk im Öl. Ich glaube, das ist so eine Öl, äh, hier ist noch Gas. Eine Öl-Gas-Mische ist, glaube ich, so für Motorrad immer gedacht, ne? Versuch's zu trennen. Wie denn? Ja, aber wie soll ich mit dem Schlauch das trennen? Der Schlauch ist ja kein Filter. Benzinmotoren können das auch verbrennen. Ja. Letztens als jemand sagte, das können Benzinmotoren verbrennen, muss ich neu starten. Ich misch hier gar nichts. Oh. Love, 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 I want your love. Love! Boah, einfach 12 Liter. So viel hatte ich noch nie gehabt. Moment. Ich dachte, ich kann den vielleicht als Sitz nehmen. Dann könnte ich beim Fahren kacken. Aber ich kann ihn nicht rausreißen. Hier gab es doch noch irgendwie Brötchen oder so, oder? Hier, wo es... Okay. Ja, dann... Lass abhauen, ne? Hier die Bude vollpissen. Damit der nächste, der kommt, sich richtig ärgert. Ja, ich rühre mein Vorrat nicht an. Wenn da schon was überall rumliegt, dann esse ich das, ne? Oh, let's go! Weiter geht's! Warte, wir gucken mal kurz, Leute. 42, ne? 42, und dann gehen wir kurz mal ins Menü, um zu gucken. Nein, ich wollte Main Menü. 35 sind wir gefahren. Also immer, was auf dem Tacho steht, minus 7. Also... Minus 307. So. Immer minus 307. Okay? Und wie wäre? Dankeschön für deinen Sub. Dankeschön. Nee, nee, ich hab ja vorher gespeichert. Ich hab einen richtigen Safe gesetzt. Es folgt eine Eilmeldung. Auf der Long Drive Straße 34 befindet sich momentan ein gefährlicher Fahrer. Einsatzkräfte sind sich noch unsicher, ob er einen Führerschein besitzt. Gerüchte besagen, es könnte der Wiederholungstäter der Kegel sein, der schon einige Male die Long Drive Straße terrorisiert hat. Bitte fahren Sie umgehend dieses Gebiet. Hab ich gar nicht! Äh, ein... Ein Mann mittleren Alters verfolgt mich. Ah! Na, die... Kicken ins Ohr. Bleibt willkommen. Willkommen zu Clash & Ratsch mit Hobby. Heute geht's mal um eine super schockierende Aussage von Trittsternchen der Kegi. Der sagte nämlich in einem kürzlichen Stream, dass er viel zu viel bestellt. Kegi hat nun reagiert, denn er sagte, er wird in Zukunft nicht mehr bestellen. Die Zuschauer trauen diese Aussage nicht so ganz. Und jetzt deswegen eine Umfrage an euch. Denkt ihr, Kegi wird dem Drang widerstehen? Dann schreibt mal die Eins in den Chat. Oder denkt ihr, Kegi wird brechen und bestellen? Dann schreibt die Zwei in den Chat. Ich werde nicht brechen. Vor allem jetzt, wo ich das im Stream gesagt habe, habe ich das Recht mit mehr Druck zu brechen. Eine Hörprobe von George R. R. Martins. Der Sleeve von Eis und Feuer. Band 1. Gelesen von... Kegi. Sansa macht sich mit Semper Mordain und Jane Poole zum Toiletter. Wieso kommt das so auf? Eine Sänfte mit Vorhängen von gelber Seide, die so fein war, dass man durch sie hindurchsinnert. Ja, das ist was anderes. Das bestelle ich ja nicht aus Faulheit oder aus Sucht oder so, sondern weil ich Besuch habe. Ist das die Seite eigentlich, die du seit Wochen schon liest und einschläfst? Ne, ist ne andere. Es ist besser als in den Liedern, flüsterte sie, als sie die Kletze fanden, die ihr Vater ihr versprochen hatte. Zwei Teile! Sansa war an diesem Tag ganz wunderschön gekleidet. Mit einem grünen Kleid, welches das Kastanienbraun ihres Haars hervorhob. Und sie spürte, wie man sie ansah und lächelte. Sie sahen die Helden... Ach, die Kino-Werbung kommt von dir, Ghost? Jeder noch glowweicher als der vorangegangene. Die sieben Ritter der Königsgarde kamen auf den Platz, bis auf Jaime Lannister allesamt in Rüstung. Ne, ist geschaffelt. Ich meine, das hier kam gerade innerhalb von drei verschiedenen Takes oder so. Äh, drei verschiedenen... Audio-Files. Das war meine liebliche Stimme, die war wirklich lieblich. Aus Bronz. Tausende und Abertausende von Jahren alt. Gerade wenn man Besuch hat, sollte man noch zeigen, dass man kochen kann. Ist das so? Also würdest du mich bekochen, sagst du? Ja. Hörprobe... Dies war eine Hörprobe von George R. R. Martins. Das Lied von Eis und Feuer, Band 1. Gelesen von... Das ist ein Kumpel, der kommt immer und wir haben immer dieselbe Tradition. Ich werde jetzt nicht plötzlich für ihn irgendwas kochen. Und ich will ihn ja nichts ins Bett kriegen. Das ist nicht der Transformers Song. Der Transformers Song ist was ich getan habe. Das ist so unreal. Didn't look out below, watched the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I've wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even I tried, it fall apart. What it meant to me, will evidence really be a memory of the time? I tried so hard, and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. I had to fall to lose it all. It doesn't even matter. It doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In spite of the way you were mocking me. Acting like I was a part of your property. Remembering all the times you fuck off me. Surprised it got so far. Things are in the way you were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knowed me back then, but it caught back in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it fell apart. What it mean to me, will evidence really be a memory of the time? When I tried so hard, and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I've put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there is only one thing you should know. I've put my trust in you. But as far as I can go. For all this, there is only one thing you should know. I got so hard and get so far. But in the end, it doesn't even matter. Here, I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Here. Here, I have to fall to lose it all. Here. Oh yeah. So scary. So scary. Ihr habt viel mehr eingereicht als ich und trotzdem kommt die ganze Zeit meine ich bin was verloren es gibt keinen anderen Sender Es ist einfach nur Schaffel und irgendwie kommen immer meine Songs. Zuhörergang, voll romantisch! Jeder, was für einen eigenständigen Sender was einschicken soll? Nein! Was wäre das denn? Wäre mit 20 Sender, wo jedes Mal nur über zwei Pfeils laufen? Die Brüder, wo jedes Mal nur über zwei Pfeils laufen? Deine Leaves, Deine Leaves, Deine Leaves, Deine Leaves, Deine Leaves, Deine Leaves, Deine Leaves! Björers! Strasse, mein schönen Reifen, meine Federung. Ich hab nicht viel aufgenommen. Das meiste kommt von euch. Ein Moppet! Da ist Öl, hier ist ein Keks, rein ins Mull, hier ist ein bisschen Gas. Wer hat das eingeschickt? Wer hat das eingeschickt? Der ist nur ein Reifen, glaube ich. Was geht ab, Täschkis? Challenge gewonnen? Wieso habe ich einen Schlaganfall? Ich habe ein bisschen Licht hier drin. Kübel und Giraffe sind jetzt Best Friends. Oder hast du die Challenge verkackt? Weil ich dachte, die Challenge soll richtig lang werden. Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem ist nicht bei mir. Sechs Stunden hat sie gedauert, okay. Das klang so, als würdest du heute irgendwie bis spät in die Nacht rein challengen. Rein craften wohl, ja. Die Laterne blendet zu viel. Ne, ist doch gut. So ein bisschen Lagerfeuerstimmung hier drin. Das Problem ist nicht bei mir. Von wem ist das Lied? Von meinem Vater. Er hat mir das geschickt. Ich glaube, dass du jetzt voll mit der Herstellerkunde wegkommst. Ich fuhre ich mich. Wie? Oh mein Gott. Oh, ihr seid ihr ungefähr. Wie? Wie? Richtig! Oh nein! Ich fuhre ich mich! Bitte hier den italienischen Akzent beachten. Nummer 4, Digger. Ich wiederhole noch einmal. Nummer 1, Queen. Nummer 2, Coyote Time. Nummer 3, Wahoo. Nummer 4, Digger. Bitte schreibt eure Wahl in den Chat. Und wir sehen uns nächstes Jahr bei der Wahl des Keggy Broters des Jahres. Wer hätte das gedacht, Coyote Time gewinnt? Wer hätte das gedacht? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hoffe, wir hören noch die Poppy Französischstunde, die wir verpasst haben. Stop. 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 Her boyfriend's a dick And he brings a gun to school And he would simply kick My ass if he know the truth He lives on my block And he drives an I or OC But he doesn't know who I am Oi, Entschuldigung And he doesn't give a damn bow to me Cause I'm just a teenage dirtbag baby Yeah I'm just a teenage dirtbag baby Listen to Iron Maiden Maybe with me Ooh, 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 Yeah Dirtbag No, She doesn't know what she's missing Ooh, Ooh, Yeah Dirtbag No, She doesn't know what she's missing Man, I feel like I'm old It's prom night and I'm lonely Lo and behold She's walking over It must be safe Es kommen aber auch keine neuen Autos, ne? Da kommen Bus, Leute Aber das ist auch kein Racecar Aber das ist auch kein Racecar Oh, Ooh, 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 Yeah Dirtbag No, She doesn't know what she's missing Ooh, Ooh, Yeah Dirtbag No, She doesn't know what she's missing Wo ist denn der Tank? Ah, hier Ist empty Er hat aber gar nichts Wahrscheinlich nicht mal einen Motor, ne? Er hat nicht mal einen Motor Er hat gar nichts Ich hab das Spiel nicht selber programmiert, ne? Nichts Interessantes hier? Kann schon Man kann sich immer so ein bisschen hochglitschen Nice Ich wünschte, ich hätte das Spiel gemacht So ein Banger Game Auf dem Dach ist auch nichts Nimm das Bett mit Was soll ich denn mit? Das passt nicht mal in unser kleines Auto rein Das ist ja hier echt eine traurige Ausbeute Also wir können theoretisch unseren Motor umbauen Hier alles rein Aber das wäre so viel Aufwand für ein Auto Was halt nicht wirklich schnell ist, ne? Weil das ist immer noch derselbe Motor Und dann ein noch größeres Auto Wahrscheinlich dann noch langsamer Ich will wieder ein Race Car Damit wir richtig schnell unterwegs sind Damit wir richtig gut Kilometer machen können Naja Weiter geht's Ja, da wird ein Bett reinpassen Okay, let's go Oder den Sarg anstelle des Bettes da reinpacken, ne? Ich will halt irgendwas Schnelles haben Wenn wir richtig fast sind Wir hatten ja schon in den anderen zwei Runs So schnelle Autos gefunden Aber es sind Dinge passiert Vor allem im ersten Run haben wir so einen richtig geilen Schnellen gefunden Im zweiten sind wir hauptsächlich LKW gefahren Sehr leise irgendwas Das ist ja einfach Hades Musik Da hat jemand ganz leise Hades Musik eingeschickt Einfach mit Handbremse anhalten Ja, mach ich immer Die normale Bremse ist viel zu langsam Viel zu schwach Hab in meinem Run einfach nie einen Cadillac gefunden, Satch Ja, wir hatten im ersten Run einen gefunden und auch gefahren Mit dem zweiten einen gefunden Dann wollte ich den um Äh, wollte ich den drauf umsteigen Aber irgendwie hat uns was gefehlt, glaub ich Dass ich nicht umbauen konnte Der war halt echt schnell, der Cadillac Ja, im zweiten Run sind wir hauptsächlich gelaufen Aber im ersten Run auch In beiden Runs sind wir bisher hauptsächlich gelaufen und nicht gefahren Aber heute läuft's gut, Leute Heute laufen wir noch gar nicht Ich mein, der Start war ziemlich schwierig, ne Aber jetzt Läuft's echt gut Es liegt am Lenkrad, Leute Ich bin einfach mit Lenkrad ziemlich gut in dem Spiel Ich bin halt einfach ein guter Autofahrer Hier wird nix gejinxt In meinem Stream gibt es das Konzept von Jinxen nicht Weil Jinxen ist eine Art des Negativdenkens Und wir denken hier nicht negativ Wir denken hier positiv So Ich hoffe, der Hadesong geht eine Stunde Im letzten Spiel, wo du gesagt hast, dass alles gut lief, ging es bergab Das hat aber nichts mit Jinxen zu tun Das waren einfach nur Zufälle Und im Spiel kann ich auch sagen, nichts läuft gut Und dann läuft trotzdem alles gut Kann auch andersrum passieren Oder ich sage, es läuft nichts gut Und dann läuft auch nichts gut Weil mit dem Spiel kann alles passieren Radio 2 Das war der Aufmerksamkeit Auf das Land Aus dem Ost Game of the Year Contender 2020 Gelobt für sein actionreiches Gameplay und seine lebhaften Charaktere Und einem dieser Charaktere schaut sich jetzt einmal unser Kulturreporter Gulasch genauer an Für ihre kulturelle Unterhaltung am Nachmittag Liebe, Gesang und Tragik Das ist Orpheus Die Entwickler von Hades, Supergiant Games Haben bei seiner Story einen großen und beachtlichen Fokus auf Authentizität gelegt In der griechischen Mythologie war Orpheus ebenfalls Sänger, Dichter und Freigeist Sein Gesang soll sowohl Menschen als auch Tiere und Gegenstände beeinflusst haben Seine Figur in Hades beschränkt sich auf seine tragische und unvollkommene Liebe zur Nymphe Eurydike Diese war Orpheus' Ehefrau Bis sie auf der Flucht von einer Schlange getötet wurde Voller Graben und Trauer Dem Lebenswillen beraubt, stieg Orpheus in die Unterhaltung ein Dort wollte er Hades und seine Frau Persephone bitten, Eurydike aus der Unterwelt freizugeben Hades bewilligte auf Einreden Persephonies diesem Antrag unter der Bedingung, dass Orpheus die Unterwelt verlassen müsse, ohne sich dabei umzudrehen Dies gelang Orpheus nicht Und er kehrte ohne Eurydike zurück an die Oberwelt Wo er dann von den Maenaden des Dionysos umgebracht wurde Auch in dem Song Orpheus Lament aus Hades Beklagt Orpheus seine Dummheit Ich mag sein Essay zu Hades Ist ein gutes Spiel Ist ein gutes Spiel Was ist mit dem Tacho passiert? Wieso sind wir auf einmal bei 629? Wir sind doch keine 300 Kilometer gefahren Leute, ich glaube der Tacho zeigt keine Kilometer an Das ist viel zu viel Das sind doch keine Kilometer Leute, ich fahre doch nicht so schnell Ich fahre doch nicht so schnell Ach, das sollen 63 Kilometer sein Dann hat es ja vorher gepasst mit dem Tacho Dann hat es ja vorher gepasst mit dem Tacho Ja, dann sind wir jetzt bei 64 Kilometer Was ist das für ein entspannter Song? Ich kriege die gerade nicht hin Josie, danke schön für den Prime Sub Klingt wie Skylanders Ich habe keine Ahnung von Skylanders Ich versuche auf der Straße zu bleiben Das ist schwierig Ich wollte einhändig fahren Ja, einhändig ist mit dem Lenkrad ein bisschen schwierig Weil wenn ich einhändig fahre Weil ich habe den Lenkrad nicht festgeklebt Auf dem Tisch Er steht einfach nur so da Wenn ich mit einem Lenkrad, äh mit einer Hand lenke Dann bewege ich so ein bisschen Das ganze Ding mit Weil es nicht zu schwer ist Wenn es schwer genug ist Ich muss immer mit einer Hand noch Gewicht Was will ich streamen? Skylanders? Auf gar keinen Fall Lenkrad ist gut, ja Ist halt ein Dreckes Game Ich weiß nicht, wie das Lenkrad ist In einem guten Game Aber ich habe das Lenkrad auch nicht für gute Games gekauft Okay, bist du zur Liebe der Umwelt? Soll ich langsamer fahren? Die Umwelt juckt sich mehr Die Menschheit ist gestorben Das ist eine dystopische Zukunft Es gibt keine Leute Ich bin der Einzige, der Auto fährt Wahrscheinlich Den Planeten juckt es nicht mehr Ja, Samaka habe ich auf der Liste Ich bin der Einzige Umweltsünder, ja Einfach rein in Assetto Corsa Radio 2 Das war Radio 2 für heute Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen Mein Fragen und Feedback Schicken Sie bitte eine E-Mail an Kegi mit 5 Lübse Na, stopp Nein, hör auf Das ist meine Business-Mail Hör auf Bis zum Links Bis zum Links Mal Die Sau Ich habe zehn Uhr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, mein Schwanz ist so klein Sind das immer die Dinge, die du denkst, wenn du Sex mit meiner Mom hast? Dann ändere dies jetzt und subscribe bei derkegi auf twitch.tv slash derkegi und dein Schwanz ist riesengroß Oh, die französische Stunde Bonjour und willkommen zum Radio Don 3 Französisch Training 1 Heute lernen wir zusammen zwei wichtige französische Begriffe Ich werde euch die Begriffe vorher sagen und euch danach bitten, sie zu wiederholen Unser erster Begriff ist der Käse Le Fromage Ich wiederhole Le Fromage Und nun seid ihr dran Le Fromage Sehr gut gemacht Danke Unser zweiter Begriff ist das Eichhörnchen Le Cureu Ich wiederhole Le Cureu Le Cureu Und ihr Le Cureu Super gemacht Bis zum nächsten Mal bei Radio Long Drive Französisch Training Stark Radio Geilomat 3000 Danke Und der Song vorhin hieß Kiss Me Again featuring Korn Das ist ein Meme Der Kegi Sam Jetzt im Kino Ich hatte einen kleinen Lürris Dann hatte ich einen großen Ich hatte einen conoera Hier Ich bin Kino Spennat Ich bin Kino Ich bin Kino vorhin Ich bin Kino Ich bin Kino озможно Ich bin Kino Ich bin Kino Freihändig fahren. Ich habe keine Ahnung, wie ich die wieder verstelle, Leute, wie ich den Streit wieder bekomme. Das läuft 30 Minuten? Das läuft 30 Minuten? Ernsthaft? Wasser? Das sind mehrere Lieder. Okay, ich dachte, das ist jetzt ein Song die ganze Zeit. Dann haben wir jetzt einen Boom-Gore-Medley. Hey, es geht, was geht ab? Auf entspannte 4 Liter Wasser getrunken. Jetzt mach doch leer jetzt. Die Songs kommen von mir und von Chat. Das ist jetzt von Boom-Gore. Hier ist eine Rampe. Ich bin eigentlich ganz gut bedient gerade. Ich meine, klar, Sprit kann man nicht mehr haben und so. Aber ich glaube auch Sprit habe ich gerade noch ganz gut. Hier ist noch Gas. Dafür brauchte man kein Sub, um mir das einzuschicken. Ich hätte es auch ohne Sub schicken können. zu Fuß bin ich heute noch gar nicht gelaufen. Ich bin heute richtig gut unterwegs. Noch nicht. Das bleibt so. Wir sind gut unterwegs. Ich habe zu essen dabei, ich habe zu trinken dabei. Mein Tank hat über 10 Liter Sprit drin. Es läuft gut. Es ist eine gute Fahrt. Hier ist zum Beispiel ein schicker neuer Reifen. Wie sehen meine Reifen aus? Sieht auch gut? Ich meine, ich bin ja so 70 Kilometer oder so gefahren. Die sollten doch top sein, ne? Ja, die sind doch top. Ja, die sind top. Bis wieder ein Stein auf der Fahrbahn liegt. Ah, habe ich das gerade verwechselt? Das ist gar nicht die Musik vom Bunga, sondern vom Bufor. Ah, sorry. Ja, dann ist das die Musik vom Bufor. Sorry. Hast du die selber gemacht? Die haben beide gelbe Namen, recht ähnlich lang. Passiert mir öfters. Und Björn heißt eigentlich Frank. Ich habe was verloren. Oh, das ist der Kaktus, der auseinander gefallen ist. Was ist das? Das ist aus dem Auto rausgeflogen. Ne, das ist ein Stück Kaktus. Das kann man trinken. What? Man kann Kaktus kaputt machen, Kakteen kaputt machen und sie dann trinken. Oha, das wusste ich nicht. Das hätte mir vielleicht hier oder da vielleicht was geholfen. Einfach Survival-Game, Digga. Die Cola der Natur. Ja, das gefällt mir. Ja, ich glaube, da kriegst du auch Halluzination. Das ist Französisch. Habe ich von Poppy gelernt. Im Französischunterricht im Radio. Ich weiß nicht, ob es schädlich ist, die zu trinken. Keine Ahnung. Das ist nur ein Videospiel, man. Entspann dich. Entspann dich. Das ist ein Videospiel. Ist das nice mit Lenkot? Ja, ist schon ganz cool. Ist ein bisschen ungemütlich, weil ich das zur Tour noch hier habe und sie nicht wegräumen kann. Ich glaube, bei der nächsten Station mache ich mal kurze Pause, wenn ich pinke. Ich gehe da mal kurz da irgendwo und pinkel so ein Kaktus an. Da gucken Schinken raus aus meiner Haube. Jetzt so ein Nitro-Boost. Ich denke, wir hätten jetzt einen Rayscar. Wie geil das wäre, ne? Speed on the street, Alter. Einfach zu schnell für die scheiß Kamera. Kann man das Wasser von Kakteen trinken? In manchen Abenteuerbüchern steht, dass Menschen, die sich in der Wüste verirren, Wasser aus Kakteen trinken. Das ist Quatsch. Denn der Kaktus speichert das Wasser als glibberiges Gel. Außerdem sind manche Kakteen giftig. Kann man das Spiel eigentlich durchspielen, ja? Ich habe noch keinen UFO gesehen, du? Ich hoffe, die nächste Raststätte kommt bald. Ich muss mies auf Toilette. Kommt drauf an, weil ich noch ein Durchspiel bezeichne. Ja, wir haben eine Mission. Wir sind noch auf seinem Weg zu unserer Manna oder zur Oma, ne? Die uns eingeladen hat auf einen Kuchen oder so. Das ist ja die Story vom Game. Die wohnt aber irgendwie 6000 Kilometer entfernt. Wir sind schon bei 83 Kilometer. Wir sind schon bei 83 Kilometer. Ja, ich glaube, ich verstecke mich hier irgendwo und pinkel, ne? Wird mich schon kein vorbeifahrender sehen, ne? Oh, das war gar kein Schinken. Das ist ein Kaktus. Schinken der Natur. Warum ist er das? Schokolade. Ist das ein Walkie-Talkie? Jungs, ich geh rein. Oh. Also ein Mal. άλ Wie ziehe ich eine durch? Ah, hier. Davon kriegt man Hunger? Wie packe ich die Scheiße aus meinem Maul? Bin ich jetzt gefangen mit dem Ding? Ich bin jetzt gefangen damit. Und jetzt kann ich die Maus nicht mehr bewegen. Leute, raucht nie. Ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. Hä? Wenn ich jetzt meine Maus bewege, dann laufe ich. Hä? 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 Achso, ich bewege irgendwie meinen Körper oder so. Ich kenne hier irgendwie auch First Person oder so. Das war auch Crack. Ähm. 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 Ach, ich hab doch Co. Ich geh pinkeln. Warte, ich geh zur Sicherheit ins Auto, ne? Bevor irgendwelche Dämonen kommen. Mein Cursor ist jetzt weg. Ich hab irgendwie mein HUD ausgeblendet. Dein Klicken von allen Knöpfen. Mein HUD ist aus. Ah, Backspace. So, ich geh kurz pinkeln, Chat, ne? Und dann fahren wir weiter. Wie geht es? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab's auch nicht verloren. Nein! Stimmt, ich hab Schlauch im Milientar. Ich bin schlau gewesen, weil ich wusste, ich kann ihn verlieren. Sehr easy. Mit einer Schinkensammlung. Ich komm da an Schinken raus. Ich komm da an Schinken raus. Ich will deine Liebe und all you love is revenge. You and me is like a bad romance. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Caught in a bad romance. Hallo! Nein, ich hab nur mal ein Schild. Wir bauen uns da hinten einen Schinkenfreund. 8-7-8-9-3-5-0-4 I'm gonna take a pause my senses. Weel, hope I'm on the things I want, I'm good, but it was is good. I want your love, love, I want your love. Don't have to lie, don't even lie! I wanted a bad, your bad romance I want your love and I want your revenge and you could write bad romance I want your love and all your lovers revenge You and me could write a bad romance So, finally Mir fehlt zwar ein Außenspiegel, aber egal, den brauchen wir nicht Brauchen wir nicht, ne? Wozu der Eimer? Wenn ich mal was umfüllen muss Ganz nett Wenn ich so schnell aus dem Auto irgendwas umfüllen will, dann pack ich das in den Eimer oder so Irgendwie ist die Tür schief Ah Die noch wieder dran? Mein Rückspiegel ist weg, Leute. Oder ist das das hier? Ne, ist nicht Rückspiegel Oh ja, du bist so ein leidender Junge Ja Eimer musst du leiden, ne? Einmal ist doch das Klo, nein Ich kack doch nicht da rein, wo ich meinen Sprit umfülle Niemals so schwer wie Jako, ja So Leute Kurze Pause gemacht Fahrt geht weiter, alles gut Ich habe meinen Außenspiegel verloren Und meinen Rückspiegel verloren Aber hey Das Wichtigste ist immer noch da Und zwar Bier Hast du mich auf ein Croissant gepisst und das dann gegessen? Ja das ist ja was anderes Aber ich mische nicht in mein Sprit irgendwas rein Wie Alkohol oder so Weil man das hier erstrecken kann Das Spiel gibts in VR Es hat einen VR Modus, kannst du VR spielen Ja Lenkratz ist ja gut Wie konntest du auch darauf reinfallen? Ja, ich dachte wir sind hier ein Team Und rennen Und rennen Otsuka, dankeschön für deinen Sub Fühlt es sich echt an? Es geht Aber die Autosteuerung in Long Drive ist jetzt auch nicht so Premium Es geht auch, aber du denkst du bist schlau wenn du 50% Alk mischst Ich denke das geht nicht So Beweilung dass du das Auto wieder hast Ich habe echt zu viel Geld und ich weiß nicht was ich damit habe Ja das ist kein Problem, dafür gibt es ja den Peggy, so Und was kann ich mit denen? Keine Ahnung, was sind aber 3,99 Wir machen dann Rohr Rohr, schnell wieder frei Rohr schnell wieder frei Wir machen dann Rohr 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 schnell wieder frei Rohr 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 Kofa und Wee, we were together Like when you said you felt so happy you could die Told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that was love and it's an egg I still remember I wanted to fly anyway 13 l I think I'm dreaming You cannot get addicted to a certain kind of sadness Like resignation to the end always the end So when we found that we could not make sense Well you said that we could be still be friends But I'll admit that I was glad it was over Frontlichter sind noch da, ja? But you didn't have to cut me off Morgi, thank you for 5 subs Make it all like it never happened and we will nothing And I don't think you're alone But you treat me like a stranger and the dude's so rough Somebody, oh no, you don't have to stop solo Have all your friends collect your records And then change your number, I guess that I needed Nooo Now you're just somebody that I used to know Now you're just No Now you're just somebody that I used to know So, Digger Alter, jetzt noch mehr Willst du eine Tattoo-Lücke von mir füllen? Ne, lieber nicht Now and then I think of all the times you screwed me over But had me believing it was always something that I've done But I don't wanna live that way Reading into every word you say You said that you could let it go And I wouldn't catch you hung up on somebody Chipanius, thank you for 35 months But didn't have got me up Make it all ever happen that we were nothing And I don't even need your love But you treat me like a stranger that feels so rough Now you don't have to stop so low Help your friends collect your records and then change your number I guess that I don't need you though Now you're just somebody that I used to know Somebody, 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 that I used to know I used to know Somebody, that I used to know Somebody, that I used to know Okay, lass uns abhauen, ne? Choo-choo Hör ich da etwa den Hypetrain? Alle einsteigen! Choo-choo Das Ticket nur 3,99 Euro Jetzt kaufen Wieso muss ich immer ein Arschloch zu mir selbst sein? Wieso ist das einzige was mich am Leben hält? Mein Selbsthass! Radio Geht ins Ohr Bleibt im Kopf Willkommen zu Chat Radio Wir spielen nur die größten Hits War ich hier immer den nächsten Banger? Okay, let's go! Bufo Bufo Wie hieß dein Song? Würde ihn rausnehmen Was ist das Schlimmste was ihr bisher verloren habt? Rein emotional Außer natürlich eurer Würde In meinem Fall war es zum Beispiel Mal mein Gameboy Pocket früher Ein Pink Der war in so einer fancy Lena Pinken Bauchtasche So typisch 90er Und dort waren alle meine Spiele Samt mein Gameboy drin Und aus irgendwelchen Gründen War der irgendwann weg Und das hat mich als Kind tatsächlich einfach gebrochen Und wie man merkt Ich hänge immer noch sehr Hab ich vergessen Du bist gar nicht Warte Nein Bufo Ich hab doch Bufo gesagt Aber das muss man nicht davon abhalten Wenigstens die Songs von den schönen alten Gameboy Spielen Nach Größe kann ich nicht sortieren Weil es keine Wave war Meine Waves sind alle größer Von Pokémon Viel Spaß dabei Kann ich nach Länge sortieren? Nach Länge, ja Herr Bufo hat geantwortet Ja, aber Bungor auch Ist doch mich verwirrt Hä? Nein, der hat nicht gar Ach Ach Ich weiß nicht, wie er dritt sah Ich hab jemanden Ich hab jemanden und schaute Ich hab jemanden Ich hab jemanden Fras permanen Ich hab ihm stirbst du nicht gerade? wieso soll ich sterben? full life ja ist eine wundervolle landschaft mit meinem wundervollen auto mit meinem schönen oktopus der da rumhängt mit einem wundervollen radio das ist echt gefährlich wie ich hier fahre ist echt schnell ja ich überlebe das schon, alles gut naja halb voller tank, gerade eine dicke ladung gefunden, gerade 13 liter einfach gefunden ja, wenn halt die steine die spawnen manchmal recht spät und plötzlich und denen auszuweichen bei so einer geschwindigkeit ist halt super schwierig ey, wenn wir schon bergrunter fahren und so schnell können, dann lass uns das tun, damit wir auf Kilometer fahren hau die freunde, es ist sub saturday bei burgerbro das heißt, alle subs bei twitch.tv slash der kecky kings waren 7% unterbauten, viele bestimmen und oben drauf ein gratis drive also, wo noch warten wir aufs burgerbro oing 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 das heißt, wir sind ja Ich dachte mir, was war unterwegs gerade los? Mir kam gerade irgendwie so Wassergeräusch. Ich dachte, ich habe irgendwie auch zu sehen gepisst oder so. Oh, mein Tank war offen. Ja, Palita, Schmieter, alles gut. Ich habe kaum was verloren. Eigentlich nichts. Ich hatte vorher neun gehabt und habe 13 reingelegt. Also ja, vielleicht habe ich dann einen halben Lied oder so verloren. Ja. Ich hatte einen halben Lied. Yo, check me out my huladgegnau! Oh, kein Caddy Lecklein! Wo ist er? Oh, da ist ein LKW! Manchmal ist mein Kopf kurz AFK, wenn ich deine Stimme höre, aber du nichts sagst! Was ist da drin? Das ist ne Wurst! Das hier ist ein Moped! Sieht gut in Schuss aus! Hat sogar noch Tank drin, krass! Könnte man direkt aufsteigen und losfahren! Schon mal überlegt DSDS zu gehen? Ja schon! Aber ich mag Dieter Bohlen nicht! Oh, das ist ein guter Reifen! Der sieht noch frisch aus! Oh, das ist der Song wieder! Oh, das ist der Song wieder! Irgendwo was zu trinken? Danke! Kaiser Grillhelm! Dankeschön! 5 Euro, Mann! Vielen, vielen Dank! Diesel! Wow! 20 Liter Diesel! Alkohol! Und hier der Brummi! Mit dem sind wir letztes Mal ganz viel gefahren! Und der war die ganze Zeit überhitzt! Überhitzt! Das war schrecklich! Das war wirklich schrecklich! Kein Wasser hier? Also nicht das, was ich euch bräuchte, aber... Doch, Moment! Hier! Da ist Wasser drin, Leute! Ich erzähl den meine Sorgen! Die Sorgen zu mir kommen morgen! 69! Nice! Mit Diesel kannst du deinen Durst strecken! Ich glaube, du lügst mich an! Mit Diesel kannst du deinen Durst strecken! So! Getrunken hab ich auch! Oh! Penis! Oh! Teschke! greifen sie noch top aus steht dass er da gesetzen mit voice control oder 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 Musik Ich wünsche der Song würde länger gehen Das ist mein Halloween-Kürbis, der leuchtet Das Ticket nur 3,09 Euro Ich wünsche euch jetzt den Kampf Tschut Tschut Sali Bonani Schaut alle zusammen Sali Bonani Sali Bonani Sali Bonani Sali Bonani Sali 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 Bonani Sali 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 Bonani Sali Bonani Sali Bonani Sali Bonani Sali Bonani Sali 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 Bonani Sali 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 Bonani Musik Ich wünsche euch, dass der Pläne ist, aber kommt nicht Musik Musik Sali 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 Salih, 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 Bonanni. Salih, 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 Bonanni. Einfach ein Banger. Von Bufo. Dankeschön für 3,99. Ich hätte gerne ein Ticket. Musst du dich mal Moritz melden. Er verkauft nie. Ich bin auf die Plattform. Salih, Bonanni. Salih, Bonanni. Salih, Bonanni. Salih, Bonanni. Dankeschön, Felix. Salih, Bonanni. Salih, Bonanni. Salih, Bonanni. Salih, Bonanni. Wie kann man so einen Banger rausbringen? Sali Bonani ist schuld, dass ich in Isaac gestorben bin. Stark. Oh, nicht schon wieder. Sali Bonani ist schuld, dass ich in Isaac gestorben bin. Wie wenn du gesagt hast, dass du so glücklich fühlst, dass du sterben könntest. Aber ja, es ist wie im echten Radio, ne? Da laufen die Songs auch fünfmal am Tag. I'm your company, but it was love and it's an egg I still remember. Hände vom Lenkrad. Wenn man auch wieder hier den hier machen kann. You cannot get addicted to a certain kind of sadness. Like resignation to the end, always the end. Hey, Paulus, geh ab. Also wir haben auf jeden Fall noch Dinge, die noch nie dran gekommen sind. Im Radio. Also von euch weiß ich nicht, aber von mir sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die nicht dran kommen. Nicht mehr, in den zwei Stück dauern. Nicht mehr, in den zwei Stück dauern. Oh, da ist eine Menschen, Leute. Da ist eine Menschen. Die Menschen, Leute. Die Menschen, Leute. Die Menschen, Leute. Die Menschen, Leute. Die Menschen können nicht mehr, die Menschen zum Beispiel machen. Sie sind die Menschen. Die Menschen, die wir alle anderen sind. Die Menschen können nachher auf jeden Fall machen. Die Menschen, die sie waren immer. Die Menschen haben sich nicht dann. You said that you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that I used to know, but they couldn't have caught me up, make it all never happen that we were nothing, and I don't even need you up, but you treat me like a stranger that feels so rough, no, you don't have to stop, so no, help your prince, collect your records, and then change your number, I guess that I didn't need you though, now you're just somebody that I used to know, 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 somebody that I used to know Brille. Ah, da ist es, Leute. Die Vergangenheit ist vergangen. Die Zukunft ist jetzt. Sollte, meine Maus funktioniert nicht mehr. Leute, er fährt von alleine. Sollte, er fährt von alleine. Meine Maus funktioniert nicht mehr. Wo ist die Straße? Da hinten. Fado. Bitte keine Steine. Oh, sorry. Okay. Letztes Mal habe ich hier ein Cadillac gefunden. Ja, das ist oft so, wenn diese Wave-Dateien, also meine Songs, die sind halt alle Wave-Dateien, die sind riesig. Und wenn die kommen, dann lagts kurz und der letzte gespielte Song kommt doppelt oder so. Irgendwie ganz komisch. Da gibt es jetzt noch einen Keller, aber ja, da ist so ein kleiner, so ein kleiner, so ein kleiner Süßer. Der ist auch geil, ne? Der ist auch geil. Aber kein Cadillac, ne? Ich meine, vielleicht hat er einen geileren Motor als unser. Ist der geiler? Ne, der ist ziemlich klein. Irgendwann. 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 Oder ein anderes Racecar. Doppelmotor einbauen? Oua. Boah. Schokolade haben wir hier? was ist das denn da hat jemand reingeschissen chat wer war es von euch ihr schweine alter belegtes grund dabei belegt das croissant sali bonani sali bonani die ganze zeit davon ja hier kommen wir wieder beim friedhof raus das ist noch ein motor ich wollte das essen revolver hier ist ein hut aber ich habe schon einen hut diese flashbring ja ist so random dass die manchmal einfach explodieren noch mehr oktopoden was ist das ach so ich werde den hunger bänden das sind noch mehr hüte neuer anhänger chat minecraft skin neuer hut sali bonani sali bonani sali sali ohne brille sieht man ja viel mehr neue taschenlampe junge ich finde in dem rand so viel essen ne was redet er da ja ich denke mal oben wird nicht einfach plötzlich ein cadillac stehen oder in der ferne einfach ach der ist draußen die ganze zeit was ist das denn ach zigaretten Ich würde mich nicht wundern, wenn ich Random auf der Straße hören würde. Ich schon. Junge, Carla, bitte die Schnauze halten. Ja, okay, gut. Äh, diesmal keinen Sprit gefunden. Und sonst auch nichts interessantes, leider. Grüß, 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 grüß. Man kann die aneinander hängen. Digga, komm ich um die Kurve, mach Platz. Digga, skr, skr, in meinem Audi. Skr, skr, in meinem Audi. Skr, 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 skr. Der ganze Schinken hier. Ja, 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 ja. Okay. Ja, 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 ja. Und das innere Partyhütchen. Dankeschön. Zwei Monate. Ich habe einen Traum über sie. Sie riecht meine Beine. Ich habe eine halbe Stunde. Oh, wie sie rohkt. Irgendwie ist jetzt ohne Brille echt hell, oder? Mit dem ... Sie wissen nicht, wer ich bin. Sie wissen, wer ich bin. Und sie nicht Tausend einer. Sie geben sie mich zu mir. Sie hat einen Traum über sie. Sie ist nicht so gut. Ich bin ein Traum über Sie. Komm, das wäre schon cool gewesen, hätte es einfach so geklappt, oder? Natürlich habe ich an Bremsen drin, alles gut. Jungen, wie lange wir schon mit dem Käfer unterwegs sind? Ich bin kein gutes Auto. Ich bin instant dead! Der 1 war der letzte Autosave? Ah, hier, okay, alles gut. Wie jeder andere. Habe ich da recht, Kira Sevens? Ja, Sie haben recht. Ich liebe den Bunker. Die Nachrichten, richtig. Kommen wir zu den Top-Nachrichten des Tages. Streit in Bunkern. Laut vielen noch zusammenlebenden in Bunkern ist das Streitpotenzial gestiegen. Es wäre so besser zu raten, einen Einzelbunker zu haben oder den anderen Partner rauszuschmeißen. Nun gebe ich mein Wort weiter zu Kira Sevens und dem Wetter. Hallo. Heute soll's normal warm werden. Mal stürmisch, mal regnerisch werden. In anderen Teilen der Welt einfach nur Sonne. Und in anderen Teilen Nacht. Achtet besonders doll auf Zombie-Killer-Hasen, Tornados. Falls ihr einen auf offener Straße sehen solltet, seid gewarnt oder ihr seid tot. Da wäre es viel besser, einen Bunker zu haben. Oder, Kira Sevens? Ja, da hast du recht, Kira Sevens. Damit gesagt, kommen wir zu unserem Sponsor, der nicht heutigen, auch nicht morgigen, sondern unser permanenten Sponsor, Bunkerbauer. Sie leben in einer leeren Gegend. Ihr Nachbar will sie gerne auf einen verrückten Lauf um Leben und Tod herausfordern. Dann ist Bunkerbauer ihr Service. Wir werden in drei Minuten, angaben ohne Gewehr, ein Buch für ihr Wallergehen bauen. Dafür müssen sie nur uns ihr Lebensvertrag schicken und ihre Kontodaten. Und schon haben sie einen gemütlichen Bunker. Rufen sie jetzt an und erhalten sie eine Gratis-Toilette obendrauf. Für gute Zeiten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie bitte die Packungsbeilage und freien sie einen Arzt oder Apotheker, falls er noch leben sollte. Choo Choo! Hör ich da etwa den Hypetrain? Alle einsteigen! Choo Choo! Let's go! Einsteigen, Chat! Das tippiert nur 3,99 Euro. Jetzt kaufen! Ja, ich seh halt leider im hohen Gras keine Steine, ne? Ja, wie gesagt, vor 6, vor 8, vor 12, die sind so Motoren, die kann ich da komplett zerlegen und wieder zerbrochen, wenn ihr will. Ich also bleibe dependence auf eine eigene Melanchisse- viezende Musik an. Aber wer auch immer war, er hat sich einfach an ein Setting angepasst, dass wir hier in so einer Apokalyptischen Welt sind. Hat sich einfach an ein Setting angepasst, einfach an ein Role-Play gemacht. Long Drive No Roleplay Ich war nicht so schnell Nein, den Stein hat man nicht gesehen Gelübsch Das ist jetzt auch Setting Das ist so krass, dass ich YouTube Deutschland Aus den Angeheben zu Und das die Chicks mir sofort in die Falle gehen Romantisch wie der Protagonist Aus nem Anime Panches abfliegt Man hält mich für ein Klitschkotobel Dreezy und Fein Bin zu nitt wie meine Biss und Kruge Die sind romantisch Girls 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 In meinem Audi Baller die Kurve zu krass Digger ст?... th Sinn französisch training 1 heute lernen wir zusammen zwei wichtige französische begriffe ich werde euch die begriffe vorher sagen und euch danach bitten sie zu wiederholen unser erster begriff ist der käse ich wiederhole die fromage und nun seid ihr dran le fromage sehr gut gemacht unser zweiter begriff ist das eichhörnchen liqueur ich wiederhole liqueur super gemacht bis zum nächsten mal bei radio long drive französisch trainer liegt es noch an mein schwanz ist so klein sind das immer die dinge die du denkst wenn du sex mit meiner mom hast dann ändere dies jetzt und subscribe bei der kaggie auf twitch.de kaggie und dein schwanz ist riesengroß wo ist der hier ist doch irgendwo einer ich habe echt zu viel geld und ich weiß nicht was ich damit habe wo ist der typ oder ist er da im brunnen ja der ist im brunnen was namer ich habe extra nicht so viel reingemacht damit mehr er von euch kommen ja der schweizend ist I live in this world. Ja, 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 ja. Singt er gerade mit? Das remind me of us. Der Kiefer zu Kieger. Hm, hm, hm. Häää! Der Lehmir. Guess! We could have all rolling in the deep. Look! Das sind die zwei Lieder, die ich verloren habe, ja. You had my heart inside of your hands, but you played it Ich klinge wie der Typ im Radio. Durchklinge ich auch immer wie jeder in jedem Spiel, oder? Noch 33 Kilometer bis zum Rekord. 34 Kilometer bis zum Rekord. 50 Kilometer bis zum Rekord. Steiner? Bin ziemlich schnell unterwegs. Gedutscht. I walk a lonely road, the only one that I had ever known. I don't know where it goes, but it's hope to me and what. I walk alone, I walk alone, wooowow. Das Problem ist, das mit den roten Zahlen zu lesen. Ja, vielleicht sollte ich das Blut mal wegwischen. I walk alone. I walk alone, I walk alone, wooow. I walk alone, I walk a... My shadow, Sony, one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will fight me. Till then I walk alone. Release of their mind YouTube channel. Wie lange fahren wir eigentlich schon? Bin ungefähr so gegen zwei losgefahren, ne? Drei Stunden, die sind einfach erstmal ausgestiegen, haben was anderes gemacht, also vielleicht fahren wir effektiv zwei Stunden. Zombie, wie die Wand walks beside me, my shallow heart's the only thing that's beating, often times I wish some out there will find me, till then I walk alone. Zombie! ich bin aus dem auto irgendwie rausgeflogen man ist auch kein race car aber wir sind jetzt 120 kilometer gefahren und ungefähr zwei stunden effektive fahrzeit das ist eigentlich echt wenig ne gas 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 you step on the gas i'll walk this empty street on the ball a world of broken dreams where the city sleeps and i'm the only one and i walker my shadows the only one that walks beside me ich meine keine zwei stunden laufzeit ja aber ich sag's wie es ist zwei stunden laufen ist auch ein thrill weil du weißt nicht ob du überlebst wenn alles so gut läuft denkt man sich alles ich überlebe ich überlebe es schon alles safe ich habe einen ganzen rückbank voll mit schinken was soll schon passieren es ist immer noch so wird dass mein auto keine kühlung braucht aber zwei stunden kein radio das stimmt es kommt wieder nur meine sachen ich habe doch zu viel gemacht ich hatte die angst gehabt dass ich zu viel mache dass dann nur mein mein zeug kommt aber shuffle ist echt mies schafft immer nur meine die angst die angst die angst okay gut aber die meisten songs sind auch eigentlich von mir ihr habt ja hauptsächlich eher so moderationssachen ein reingeschickt also eigentlich ein guter mix ne hier redet ich singe es gibt auch luft gefühl gefühlte gefühlte fahrzeuge ja es gab auch leute die haben songs gemacht aber das meiste was ihr eingeschickt habt waren eher moderation und sagen wir jetzt ein mix ich ich mache hauptsächlich musik ihr macht hauptsächlich moderation irgendwas wollte ich gerade ich hab's vergessen Junge v8 oder was der passt da nie rein ja passt schon mein herz spürst du es ich frage dich spürst du es wenn du es spürst dann ist jetzt die zeit gekommen das zu tun was auch ich weiß jetzt nicht ob es ein diesel ist ne äh ob es ein benziner ist gebrauchen de hallo du bist gerauchs tu du h Stef et du SR Ich für die 3 die sind sie Black End Point mos tra przygot chi och äl I can't drown my demons, they know how to swim Can you hear the silence? Can you see the dark? Can you fix the broken? Can you feel... Can you feel my heart? Bits Can you hear the darkness? Can I see the light? Can you catch the light? Aber wieso fährt das? Wieso fährt das? Ich fahr berghoch! Hä? Ich fahr berghoch! Superschnell! Und dann, Zatzer war an diesem Tag ganz bunderschön gekleidet und die Männen kamen mit Kleid, nämlich ist das Kastanienbrauch ihres Herrn Passervor und sie spürte, wie man sie ansah und lächelte. Sie sahen die Helden aus Bruder und von den drei Leiden, jeder noch glorreicher als der vorangegangenen. Die Siegte der Königsgarde kam auf den Platz, bis auf Jamie Dänister allesamt in Österreich. Und von welchiger Farbe, wie in der Weiß und frischgehalten erschwenken. Ja, ich glaube, wir müssen den Motor wechseln, oder? Sonst dreh ich durch. Okay, unser alter Motor ist besser. Mit meinem alten Motor war ich bergab. Nee, okay, jetzt geht's ab. Das war eine Hörprobe von George R. R. Martins, das Lied von Eis und Feuer, Band 1, gelesen von Kijal. Es hat aufgehört, weil ich das Auto ausgemacht habe. Also ich versuch's nicht mehr anzumachen. Ich versuch's dann in Smash Mouth, auf Deutsch, ohne sehr schlechter Headset-Qualität. External für euch. Was bestes? Was geht's? Ich bin nicht der schärfste Werkzeug in der Schuppe, sie verkucken ziemlich dumm mit ihr Finger und Daumen in Form von einem Elf an ihr Vorderkopf. Einfach deutscher Alexi-Bexi, Alexi-Bexi ist deutsch. Ich habe ein Problem. Das ist wirklich, ich mag es, ich habe mich niemals bekommen gelangweilt. Hey, jetzt! Felix, was redest du da? Hey, jetzt! Das war jetzt ein Take, ich glaube besser wird es nicht mehr. Stark, war ein guter Take. So habe ich es auch gemacht. Es folgt eine Eilmeldung. Auf der Long Drive Straße 34 befindet sich momentan ein gefährlicher Fahrer. Einsatzkräfte sind sich noch unsicher, ob er einen Führerschein besitzt. Gerichte besagen, es könnte der Wiederholungstäter der Caddy sein, der schon einige Male die Long Drive Straße terrorisiert hat. Bitte umfahren Sie umgehend dieses Gebiet. Terrorisier hier gar nichts. Ich fahr vernünftig. Und hier kommen die Nachrichten des Tages. Produziert von Kira Seffens. Hallo. Heute schreiben wir den 4. November 2023. Ein Tag wie jeder andere. Habe ich da Recht, Kira Seffens? Passt gar nicht. Das ist wieder die Nachrichten aus dem Bunker. Kommen wir zu den Top Nachrichten des Tages. Streit im Bunkern. Laut vielen noch zusammenlebenden im Bunkern ist das Streitpotenzial gestiegen. Wäre also besser zu warten, einen Einzelbunker zu haben oder den anderen Partner rauszuschmeißen. So, den lassen wir hier liegen, ne? Mein Wort weiter zu Kira Seffens und dem Wettbewerb. Hallo. Heute soll's normal warm werden. Mal stürmisch, mal regnerisch werden. Habe ich alles? Radio ist da. Mein Hut ist da? Mein Hut ist da? Ich habe bei der Doppelhüte auf, ne? Ich habe da so eine Cap in meinem Hut drin. Wenn ihr auf einer offenen Straße sehen solltet und ihr seid gebarnt. Oder ihr seid gebarnt. Oder ihr seid gebarnt. Ich meine, wo der... Das ist viel besser, ein Bunker zu haben. Okay, weiter geht's. Can you fix the broken? Typisch Hochzeit! Was für ein schöner roter Fleck, ja? Nasenbluten. Habe ich öfters, wenn so hübsche Leute im Chat einfach sind. Das ist ein bisschen schnell, aber ist geil. So können wir wenigstens vorwärts. Was? Ich hab das Video gemacht. Ich hab das Video gemacht. Ich hab das Video gemacht. Das war das. TWIST! 2 2 Willkommen zu Clutch & Ratsch mit Bobby! Heute geht's um eine super schopierende Ausnahme von Cliff-Sternchen von Kegi. Der sagte nämlich in einem künstlichen Stream, dass er viel zu viel bestellt... Kegi hat nun reagiert, denn er sagt, er wird in Zukunft nicht mehr bestellen. Die Zuschauer trauen diese Aussage nicht so ganz. Und jetzt deswegen eine Umfrage an mich. Denkt ihr, Kegi wird dem Korn wieder stehen? Das schreibt mal die einzelnen Schrift. Oder denkt ihr, Kegi wird brechen und bestellen? Dann schreibt die Zeit... Ich werde dich brechen! Ihr seht uns hoffentlich ganz bald wieder. Ich schaff das! Nein, Katsch und Katsch mit Poppy! Gestern war aber echt schwer. Gestern war echt schwer. Aber ich hab's geschafft, sogar gestern, obwohl es so schwer war. Hier drin ist es voll, kommt es wieder und vor mir geht es jetzt wieder an. Ich lüge doch nicht. Ich hab dich bestellt. Gestern extra spontan einen Freund einladen. Ich hatte halt nur noch eine kleine Chili-Portion gehabt. Also als Soße, wie ich habe die... Magic Missile! Magic Missile! Magic Missile! Egal! Oh, es ist Justl! Magic Missile! 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 Magic Missile Ich hoffe, das gibt bereits Minuten. Mega Mit... Magic Mit... Magic Mit... Magic Mit... Das Problem ist es! Magic Missile! 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 Machen wir ein bisschen leise, okay? Es endet nicht! Magic Missile! Magic Missile! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Magic Missile Erfüllt mir drei Wünsche Kann das bitte jetzt aufhören? Wie lange läuft das denn? Wie macht man den Bus auf, Leute? Mit einer Magic Missile Wo ist der Knopf, um den Bus aufzumachen? Ist hier jemand Busfahrer? Da ist einfach 65 Liter Öl drin Was zum Fick? Ich muss essen Magic Missile 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 Es ist vorbei! Leute, wie macht man den Bus auf? Wo ist der Knopf für den Bus? War der nicht irgendwie so vorne? Tür einschlagen? Da! Ein ganzer Bus nur für mich allein. Ja, er fährt leider nicht mit Öl, ne? Wahrscheinlich Diesel. Ein bisschen trinken? Ist das Diesel? Die Vergangenheit ist vergangen. Die Zukunft ist jetzt! Zweieinhalb Liter gesoffen. Lidl lohnt sich auf dem Mond. An der Kasse keine Schlange? Payback? Nein, danke! Reise durch die Zeit! Unser Raumschiff steht bereit! Veggie hat! Veggie hat! Polonese! Reise durch die Zeit! Unser Raumschiff steht bereit! Veggie hat! Veggie hat! Polonese! Veggie hat! Veggie hat! Ich fahr Veggie! Veggie! ICH FAÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Unser Raumschiff steht bereit, Vecchiha, Vecchiha, Bolognese. Reise durch die Zeit, unser Raumschiff steht bereit, Vecchiha, Vecchiha, Bolognese. Leute, wir haben gleich den Rekord gebrochen, 10 Kilometer noch. Dann Rekord gebrochen. Oh, oh, da ist ein Steinslag. Lenkrad macht dich zum Gott. Ja, ich habe aber diesmal echt viel Glück gehabt. Und wir haben keine gefährlichen Aktionen gemacht, von wegen Autotauschen und so. Aber es kam auch kein interessantes Auto. Wir haben einen Käfer und der ist halt geil. Jetzt kommen wir an irgendwelche großen Fahrzeuge. Unreal. Ich mag den Brummi, ich hätte gerne was Schnelleres. So einen geilen Cadillac. Da hinten ist er was? Ich rieche ein Cadillac. Aber in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Hey, wieder ein großes Auto. To ride my mind himself, try it so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was a part of your property. Müssen Kilometer machen. Problem war ja immer, dass du nicht treu zu deinem Starter warst. Bleib dem Käfer treu und wir dich überall hinbringen. Aber ich kann doch nicht ein Cadillac stehen lassen, wenn wir einen finden. Wenn wir einen finden, dann nehmen wir doch eine mit. Ich habe einfach gelesen, hey Keggy, ich habe gesehen, du hast Haare. Und dann nehmen wir doch eine mit. Du kannst die lange Nachricht noch mal posten, ich habe sie jetzt nicht gelesen. Ich habe gerade gesehen, dass du lange Haare, ich habe auch lange Haare und bin M15. Könnte ich wissen, ob der Anime Snapchat bei dir auch immer glaubt, dass dein Mädchen bist? Mir passiert das immer. Ja, mir auch. Jeden Tag habe ich Probleme damit. Dieser doofe Anime Snapchat-Filter. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das kriege ich für 300 Euro, 100 Euro. Meine dicke fette Salami, Alter, in dein Maul. Donogool. Arbeitest du noch was nebenbei? Bro, deine Mom zu befriedigen ist schon sehr anstrengend. Das habe ich nebenbei noch was machen können. Bist du verrückt? Ich war schon Toxic früher, ne? Ich war schon Toxic früher, ne? Das ist nicht zwei Monate her. Das ist schon länger her, dieser Clip, den er gerade benutzt hat. Ich bin nett. Ich bin netter. Jetzt mal ein kleiner, der ist kein Geld, die Leckstein. Ich meine, ab und zu habe ich immer noch meine Toxic Moments, ab und zu wie früher. Ich habe jeden, der hier neu reingekommen ist, und gesagt hat, okay, deine Videos waren früher voll cool, habe ich direkt eine toxische Reaktion gegeben. Zu mir bist du auch immer Toxic. Du hast verdient. Machst du doch immer das. Nein, mach ich nicht. Ich bin schon lange nicht mehr so Leute, die sowas schreiben, gefrontet. Schon lange nicht mehr. Ich bin netter. Jetzt bin ich nur zu Leuten Toxic, die schon viel länger sind. Keine Ahnung, was das für ein Lied ist. Wann wieder Videos auf YouTube. Du hättest eine Scheiß-Fresse. Wann wieder Videos auf YouTube. Du hättest eine Scheiß-Fresse. Schau. Wann wieder Videos auf YouTube? Ist das gerade Berg hoch? Oder wieso bin ich so langsam? Sieht so aus, ne? Ich meine, ich habe einen Rückspiegel. Ich kann aber auch meinen Kopf einfach um 180 Grad drehen. Ich denke, es ist die männliche, alte Valentin. Nein, nicht wieder Huskas. Bei der Winstead, wir haben schon den Rekord gebrochen. Sali Bonani, Sali Bonani, Rekord gebrochen. Wieso gibt es keinen Gegenverkehr? Weil das hier eine dystopische Welt ist. Die Menschheit ist schon ausgestorben. Sind wir Menschen? Ich habe pinke Haut. Was denkst du, was ich bin? Ich bin eine Mutation. Das ist der Plot vom Spiel, ja. Es gab eine Postapokalypse, deshalb gibt es ja auch Zombies und so. Nur wenige Leute haben überlebt. Und wir haben einen Brief von Mama bekommen, die gesagt hat, komm vorbei, Kuchen essen. Aber die wohnt irgendwie 6000 Kilometer weg. Und jetzt fahren wir zur Mama. Das ist die Story des Games. Ich habe keine Ahnung von Cold Mirror Synchros. Meine Mama ist auch pink, ja. Das ist kein Blut an der Scheibe, das ist Liebe. Also, ich habe keine Ahnung von mir. Das ist kein Blut, das ist die Sache, die gleiche bestehen. Und ich habe keinen Blick auf die Zeit dafür. Das war mir. Also, ich habe mal ein Blut an Ruhe. Und ich habe keine Ahnung von mir gewesen. Ich habe einen Blut an. Und ich habe einen Blut anbunden. Und ich habe noch gewärt. Und ich habe noch eine Ahnung von mir gedacht. Das war mir. Und ich habe mich daran gut gemacht. Ich habe die Pause. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Counter-Strike-Surf-Map. Water, 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 water Es ist so steil, ich komm nicht vorraten. Wir machen dann hoher, 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 schnell wieder frei. Hoher, schnell wieder frei. Wir machen dann hoher, 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 schnell wieder frei. Wir machen dann hoher, hoher, hoher. Mit Schwung, ich muss mit Schwung machen, ich muss runterfahren. Wir machen dann hoher, 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 hoher. Ich bin glaube ich Pacifico, ich muss mit Schwung machen. Hallo, ich muss euch kommen. Ich bin bei Schwung. Ja, diese werden dann nur los, in dem Haarland. Ich, jeder mal wieder zu mir. so geht es wieder nicht jetzt geht es das scheint wohl ein leiser Song zu sein da war was war knapp mit dem Stromast ich habe nichts gesehen ja ich habe Ravioli aus der Dose gegessen und dann bin ich über den Huckel gefahren und dann ist die ganze Soße nach vorne gespritzt ich vergesse immer wenn ich irgendwo bin wo es Schwämme gibt vergesse es hier mal mitzunehmen ich weiß nicht ob ich theoretisch mit der Hand das machen könnte ich glaube ich brauche einen Schwamm ich brauche Schwamm oder hier diesen ich bin alleine im Auto ich bin alleine auf diesen Planeten außer meiner Mama schnell wieder frei das ist wieder der Hades Part der so ruhig ist gleich kriegen wir nur eine kleine Hades Analyse dagegen pissen ich habe meine Blase ist leer ich habe gerade einen Reifen verloren ich habe Radkappen verloren wieso auch immer ich war einfach weiter okay irgendwas stimmt sich durch mein auto durch geflogen ja wir brauchen keine radkappen leute wir brauchen keine braunig alles gut wozu auch ja die sind ja nur optisches ding 162 ja die 200 kriegen wir noch voll oder wie sie aber was machen wir chat wenn ich heute nicht sterbe normalerweise enden diese streams immer damit dass ich sterbe oder mein auto verliere bis zum totspielen dann endet der stream einfach nicht okay wenn stream endet wenn du stirbst nee das geht nicht streng dich ein bisschen an und stirb deshalb brauchen wir ein cadillac mit dem cadillac bin ich super schnell unterwegs und dann besteht die gefahr dass ich sterbe es geht eigentlich bergab es geht eigentlich bergab der long stream kann ich auf der straße bleiben oder du holst mich als beifahrer wenn du sterben willst hast du mir gerade mit mord gedroht kannst du wheelie mit einem motorrad bestimmt ich glaube wir brauchen die long drive polizei ja der song ist so leise ich kann nicht lauter machen ist schon maximale lautstärke manche sachen die eingesendet wurden sind etwas leise und rebuau dankeschön für 18 monate top 3 ps2 games das und 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 das Kingdom Hearts, Final Fantasy 10. Dann geht erst mal Andreas. Hey, Gospoet. Dankeschön für 40 Monate, Mann. Zieh mir später VOD rein. Boah, aber Dragon Ball Z, Bodokai, Tenkai-Shi. Äh, ne, nur Bodokai. Dragon Ball Z, Bodokai 3. Boah. Bis auf das Handy gehen, verfolge ich die Story, ja. To getrift. Ja, kurz vor Kingdom Hearts 4 gucke ich mir so eine Story, äh, Zusammenfassung von dem Handy-Gamern. Aber spielen werde ich es auf keinen Fall. Boah, schnell wieder frei. Hey, wir haben schon Kingdom Hearts, äh, kurzen Teaser gesehen. Wir wissen, da ist was am Laufen. Alles gut. Wir wissen, da ist es, wir wissen, wie wir sehen, wie wir sehen. Wer hat die scheiß Rohr reingeschickt? Dieses dumme scheiß Rohr-Meme. Können wir so fahren? Nee, kommen wir nicht. Nee, kommen wir nicht. Spannende Musik. Spannende Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich dachte kurz, hier liegt eine Drohne Ich hab Scheiße gegessen Ich hatte einen kleinen Lirris, dann hatte ich einen großen Ich hatte eine Glatze und dann hatte ich volles Haar Ich war generell ziemlich wack, aber plötzlich war ich der Beste Aber zu welchem Preis? 3,99 Euro Der Kegi Zapp, jetzt im Kino Langsam, langsam gehe ich mental mit diesem Radio Jetzt sind nur noch bänger drin, ja, das ist das Problem Als ob man durstig wird, wenn man scheiße ist Chet, habt ihr schon mal Scheiße gefressen? Wurde ich davon durstig? Mach ich täglich Die Scheiße von deinem scheißbeschissenen Chef musst du immer jeden Tag fressen, ne? Diese dumme Sau, der denkt nur, weil er da oben ist Hat er die Macht über uns? Jeder mit ihm! So! Eat the rich! Ja, wenn ich für die Talent höre, dann werde ich immer Werde ich immer gesellschaftskritisch Auf dem Boden, dann riechst du, bevor du zerstörst All die Straßen, die dich aufbauen Fall und leas, fall und leas, fall und leas Auf dem Boden Wie viele Subs haben wir noch fehlen? Das sind viele, ja, monatlich ist es angefangen Bis jetzt beim vierten Auf dem Boden, dann riechst du, bevor du zerstörst Fallen Leaves On the ground Run away before you drown All the streets will beat you down Fallen Leaves Fallen Leaves Fallen Leaves On the ground Run away before you drown Fallen Leaves Fallen Leaves Fallen Leaves Fallen Leaves Aber ich kann gleich bei der nächsten Station gucken, wie viele Punkte wir schon haben Radio Geilomat 3000 Nicht der schon wieder Das ist schon wieder passiert Irgendwie als hätte ich ein Reifen Es wäre gerade ein Reifen geplatzt Ich habe eine Fledermaus mitgenommen Oh, hier Nee Das ist so ein Aufhängeding Ich dachte, irgendwie mein Reifen ist geplatzt Gibt es hier keinen Eingang? Doch hier Ähm, ich kann kurz schauen Wir sind gerade bei 72 Punkten Hier werden schöne Neuen Nee, aber die sind so groß alle Also fast Ja, wir sind jetzt erst im 4. November Wir haben ja im ganzen November noch Zeit Breachstange Was habe ich hier? Öl, Gas Alkohol Der ist ganz schön schwer Oh Leute, neuer Motor Der ist nicht ganz so groß wie der letzte Vielleicht kriegen wir den rein Vielleicht kriegen wir den rein Was für Punkte? Äh, es gibt so ein Twitch-System Ähm Wenn man drei Monate hintereinander 350 Punkte schafft Dann kriegt man einen besseren Vertrag von Twitch Und wir haben es die letzten drei Monate ganz knapp Jedes Mal verfehlt Bis auf den letzten Monat Da haben wir es geschafft Und da zählen leider nur Normale Subs Keine Gifted oder Prime Subs Und dann gibt halt jeder Sub Ein Punkt Tier 2 Sub gibt zwei Punkte Und Tier 3 gibt sechs Punkte Also ja, kannst dir ungefähr ausrechnen Wie viel ich theoretisch bräuchte Wenn es halt generell nur alle Subs zählen würden Dann hätte ich das schon längst geschafft Aber ja, es zählen halt nur Normale Subs Geht doch zu Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Ja, Waffen brauche ich nicht Aber das hier können wir mitnehmen, Leute Und das Auto sauber machen Oh mein Gott Also brauchen wir nur 59 Tier 3 Subs pro Monat Genau Gibt es da noch irgendwas Tolles? Ich glaub dir jetzt einfach bei der Rechnung, okay? Und Levanda Dankeschön Da ist ne Fledermaus Tatsächlich, wenn man die tötet, dann werden die zu Zu Auto-Anhängern Ja, da hab ich schon einen Punkt mehr Ich weiß nicht, die werden aber nicht live aktualisiert Kann sein, dass wir schon eigentlich jetzt mehr haben Die werden wahrscheinlich nicht live aktualisiert Sondern wahrscheinlich irgendwie so einige Stunden später Wenn nicht sogar einen Tag später Deshalb kann sein, dass durch den heutigen Stream auch schon ein paar zusammengekommen sind Wie im echten Leben, ja Tier getötet, Trophäe Auch gar der Typ, der im Hintergrund eigentlich die Fresse halten Ja, es ist so gut! Ja, es ist so gut! Ja, es ist so gut! Man, I feel like I'm old Und Kalkin Alter, Tier 3 Vielen, vielen Dank Dankeschön Also, lo and behold She's walking over to me This must be fake My lips start to shake How does she know Who I am? And, and why does she give And, Mariechen, Dankeschön für den Zappen, vielen, vielen Dank Yeah, let's go! Yeah, let's go! She doesn't know what she's missing Yeah, American Fire's Clash Es geht, Leute! Er geht! Es geht! Neuer Motor? Haben wir jetzt mehr Power? Der sieht schon groß und mächtig aus, ne? So Dirtbag Was krieg ich für 300 Euro? Meine dicke, fette Salami, Alter, in dein Maul Dono Gold Wie alt sind diese Scheißgriffe? Wir machen dann Rohr! 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 Schnell wieder frei! Rohr! Schnell wieder frei! Wir machen dann Rohr! 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 Schnell wieder frei! Ich hatte einen kleinen Kürz, dann hatte ich einen großen Ich hatte eine Glatze Und dann hat er alles Oh Leute, jetzt klingt er wie, Junge, jetzt klingt er wie ein Renncar Leute, wir brauchen kein Rennauto Tacho explodiert gleich Wir haben ein Racecar Mein Motor ist kaputt Ich hatte ihn zerschossen, Leute Kann sein, kann sein, dass der gekühlt werden muss, aber in mein Auto kommt, gibt es keinen Platz für eine Kühlung. Ich habe nicht mal in meinem Auto eine Kühlanzeige. Schade, aber war echt schnell, Mann. Ich bin superschnell direkt auf 200 beschleunigt. Das war crazy. Das heißt, du kannst den Motor für eine kurze Zeit immer nehmen. Wir brauchen ein neues Auto. Eins, was halt eine Kühlung hat. Sonst können wir in dieses keinen vernünftigen Motor einbauen. Geht nicht. Es ist besser als in den Liedern, flüsterte sie, als sie die Plätze fanden, die ihr Vater ihr versprochen hatte. Ja, aber auch wenn ich eine Kühlung finde, ich kann keine Kühlung in dieses Auto einbauen. Das hat kein Fach für eine Kühlung. Ich kann keine Kühlung in dieses Auto einbauen. Das hat ja nicht mal eine Kühlungsanzeige. Sie spürte, wie man sie ansah und lächelte. Das geht bei dem Auto nicht. Wir brauchen ein anderes Auto. Hätten wir eines der vielen Autos mitgenommen, die ich gefunden habe, unterwegs, dann hätten wir jetzt theoretisch diesen Motor dann einbauen können. Und dann hätten wir jetzt ein Race Call. Das Problem ist nicht dein Auto, sondern deine Einstellung. Hallo! Hey Alastor, was geht ab? Nee, nee, das Auto hat keine Kühlanzeige, weil es keine Kühlung hat. Es ist luftgekühlt. Es hat keine Anzeige, wie warm es ist in dem Ding. Ja, der Käfer hält sich echt gut. Wir hatten auch einige Unfälle und er hält sich gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? What the fuck? What's with Dustin? Der hat mein Auto gekillt. Ich dachte für einen Moment, unser Auto ist jetzt geschrottet. Ja, einfach EMP-Angriff und ein Hochhof. Die Welt ist untergegangen wegen Aliens. Bonjour und willkommen zum Radio Dong-Kai Französisch Training 1. Heute lernen wir zusammen zwei wichtige Französisch Training 2. Ich werde euch die Begriffe vorher sagen und euch danach bitten sie zu wiederholen. Unser erster Begriff ist... Lass mich raten, Käse. Le Fromage. Ich wiederhole. Le Fromage. Und nun seid ihr dran. Le Fromage. Sehr gut gemacht. Danke. Unser zweiter Begriff ist das Eichhörchen. Le Cureu. Ich wiederhole. Le Cureu. Und nun ihr. Le Cureu. Super gemacht. Danke. Bis zum nächsten Mal bei Radio Long-Drives. Zwei. 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 Das ist wie bei GTA, kannst du einfach deinen eigenen Ordner angeben, das ist ein Radium. Das Spiel endet bei irgendwie 6000 Kilometern. 6000 irgendwas. You cannot get addicted to a certain kind of sadness. Haben wir ja fast. Der werden gleich die 200 voll. Ja, hätten wir einen geilen Cadillac gefunden, dann hätten wir jetzt vielleicht schon super viel. Dann wären wir jetzt vielleicht schon bei 1000, fast. Du hast einen geilen Motor, der mir nichts in diesem Auto bringt. Ich kann keine Kühlung in dieses Motor einbauen. Es gibt keine Halterung dafür in diesem Auto. Es gibt keinen Platz in diesem Auto dafür. Du musst ja fast zwei Tage streamen bis zum Ende. Aber wenn man ein schnelles Auto hat, dann vielleicht nicht. Du kannst auch speichern, ja. Du musst dich am Stück spielen. Nein, mit so einem schnellen Auto kann ich lernen ja, gut zu fahren. Das heißt ja nicht direkt, dass schnelles Auto direkt ja tot. Das kann ja lernen, damit umzugehen. Das kann man nicht. Ja, das ist kein Kühlung. Das kann man nicht garanti sein. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht. Das kann man nicht. Das kann man nicht machen. Ja, aber vielleicht fühlen wir ja gleich mal einen Rennwagen. Ein Musikalischer Beitrag des jungen Künstlers Malik Samu. Nein, nicht der Song. Mein Cover ist drei, vier Tage alt. Hi, I'm Levi. Danke schön für den Primes ab. Was hättet ihr da für einen geilen Radiosender? Äh, Poppy, äh, Le Fromage und Le... Fuck! Wir hatten das so oft und ich hab's vergessen. Ich hätte dich jetzt... Ach, ich hätte jetzt dir zeigen können, dass ich gut aufgepasst habe. Ja, ich muss das Zweite noch lernen. Fuck also. Und Rapture, danke schön für 26 Monate Primes ab, danke schön. Ich hab mir keine Mühe gegeben, ich auch nicht. Bei mir war das alles One-Takes. Da ist ein großes Gebäude. Leute, ich rieche Cadillac, Cadillac. Ich mach meine Ausbildung, ich will keine Abschiebungen. Ich mach meine Ausbildung, ich will keine Abschiebungen. Zehn Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem ist nicht verholt. Oh, Ferrari wär geil, ja. Oder ein Range Rover Mansuri. Das ist wieder eine Menschen. Da ist ein Feuer. Da ist ein Feuer, in meinem Herz. Reaching ein Fever, Pitches bringt mich aus der Nacht. Da steht was! Oh, das ist ein Anhänger! Es war etwas tiefes, ich dachte es ist ein Racecar. Und es ist nur ein gammliger Anhänger. Also das ist, Leute, ein Auto, wo man eine Kühlung einbauen kann. Der hat gar nichts, der hat nicht mal eine Matur, der hat nichts. Guck mal, der hat sogar auch eine Anhängerkupplung. Schon zum fünften Mal der Song und mein dritter Beitrag fehlt immer noch. Der hat ein Pokémon von dir und Sims. Du kriegst ihn ja schon auf Vordermann, ja aber... Ich könnte halt alles rüber bauen und den Rest müssen wir halt unterwegs suchen. Oh, hier ist sogar ein Motor. Hier ist Gas. Hier wäre eine Tür oder so. Ich weiß nicht, ob die da passt zu dem Auto. Jooo! Leute, wie wäre es mit Motorrad? Meint ihr, das ist schnell? Ich brauche Essen. Ja, ich auch, deshalb esse ich. Jetzt haben wir Durst. Gibt es hier noch was zu trinken? Oh, da muss ich raus. Hier haben wir was zu trinken. Kann ich so trinken? Kann ich so trinken? Komm schon. Gibt es hier keinen Behälter in dem Gebäude? Gibt es hier keinen Behälter in dem Gebäude? Ich habe keinen Bock rauszulaufen. Ich habe keinen Bock rauszulaufen. Ja, ich habe einen Eimer, ich habe Schlauch, alles im Auto. Aber ich habe keine Lust, da rauszulaufen. Ich dachte, hier muss doch irgendwo was rumstehen. Guck mal, hier im Krug. Ja, ich habe auch Wasser im Auto, aber ich bin hier doch drin gerade. Hört mir einer zu. Hört mir einer zu. Bitte. Ich habe alles im Auto. Ich brauche das nicht. Aber ich bin noch hier drin, also kann ich doch hier damit arbeiten. Wenn ich schon hier drin bin. Wenn ich nichts finde, natürlich gehe ich raus und trinke aus meinem Auto. Oh. Sing es, dann hören wir zu. Uh, da ist noch ein Motor. Gar nichts. Gas. onniert. Ach, ach. Oh. Das war's für heute. So. Nein, also ich will das Radio nicht dabei haben. Wir hören das Radio schon sehr viel. Das sind die kleinen Pausen, wo man draußen ist, bisschen looted, wo wir eine kurze Pause von Radio haben. Die brauchen wir. Komm schon. Da geht noch ein bisschen. So, hier ist sogar noch ein Schlauch. Magazin für die AK. Ja, dann lass mal schauen, ob wir irgendwie umbauen können. Ich war im Keller noch gar nicht, ne? Ich bin so ein Tür. Zigaretten! Ne, okay. Wie ist dein Auto alt und dreckig? Dann spritz drauf! Gut. Ja, Chit, was sagt ihr? Bleiben wir beim Käfer oder versuchen wir das Auto umzubauen? Dann haben wir eine kleine Mission nebenbei. Weil mit dem Käfer werden wir halt nicht mehr besser. Mit dem können wir halt irgendwas Neues aufbauen. Und dann können wir für Station zu Station irgendwas suchen und den immer größer bauen. Guck mal, hier ist sogar ein großer Motor. Mit dem können wir richtig Gas geben. Das Neue hat ja mehr Potenzial, Chit. Als ob du das Spiel schaffst, sechs Stunden am Stück zu spielen, Heckler. Ich könnte auch noch sechs weitere Stunden spielen. Das wäre ein richtiges Racecar. Das wäre ein richtiges Racecar. Wir können ja schauen, wenn ich im Haus eine Kühlung finde, dann machen wir das. Wenn ich keine Kühlung finde, dann machen wir es nicht. Mal sechs Stunden Radio hören, ist schwierig. Ich habe es bisher geschafft. Aber mehr wird schwierig. Der Chat ist gespaltet. Deshalb lassen wir einfach die Odds entscheiden. Wenn wir eine Kühlung finden, let's go. Wenn nicht, dann nicht. Ist das ein Licht? Das ist ein Licht. Da war schon ein gammeliger Kühler. Ja, aber wir brauchen hier nicht einfach nur einen Kühler, sondern da muss ja Kühlung drin sein, weil ich habe keine Kühlung dabei. Da ist jetzt Kühlung drin, aber ich habe keinen Kühler dabei. Äh, das ist ein Kühler, aber ich habe keine Kühlung dabei. Deshalb ja. Wir müssen halt einen Kühler finden, wo schon was drin ist. Sonst geht das nicht. I walk the lonely road on the wall of the world. Da kommt doch Wasser rein, oder? Nein. Da kommt kulant rein. Das hat mir schon letztes Mal gehabt mit der Kühlung. Da habe ich versucht, mein Auto mit Wasser zu kühlen. Das hat nicht funktioniert. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist für einen LKW im Tank. Nein, ich werde das nicht mit Wasser auffüllen. Wir haben das letzte Mal gemacht. Was war das? Wir haben das beim letzten Raiden gemacht und das war nach zwei Minuten leer. Hier ist noch einer. Auch leer. Tja, sieht nicht gut aus, Leute. Nichts nicht gut aus, Leute. Das ist schädige, die sich zum Schädel haben. Oh, Spaß! Das ist für ein Fahrrad. Kein Typ, der eigentlich die Fresse hält. Da ist noch ein Licht. Halbe Puzzle. Tja, ich glaube wir bleiben beim Käfer, ne? Mal gucken, hätte ich überhaupt da eine Kühlung einbauen können? Ja, hier vorne guckt ein bisschen raus, aber hey. Ja, der Motor ist sick, das ist der Racecar Motor. Und der wird halt da reinpassen. Falls du eine Meinung als Mechaniker wissen willst, brauchst du nur Wasser im Kühler. Aber falls du eine Meinung von einem Spieler dieses Spiels wissen möchtest, der dieses Spiel schon gespielt hat, frag, ne? Ich kann dir helfen. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Den hatten wir heute noch gar nicht. So, lass uns weiterfahren. Was ist eigentlich das hier? Das freut mich, dass mal was Neues kommt. Reingeguckt. Ja, der Käfer, der ist, ne? Coolant ist das Ding, nicht die Flüssigkeit. Wir fangen nicht wieder damit an. Beim letzten Mal hatten wir auch ständig die Diskussion gehabt mit diesem Dreckskuhlern. Und alles, was ich da reingekippt hatte, was keine Kühlung war, war nach zwei Minuten leer. Ja, so, Luftkühlung geht es. Das ist die Zukunft. Und Kami, danke schön für 23 Monate. Wir hatten einen Truck und der ist auch am Ende ohne Kühlung gefahren. Ja. Für 30 Sekunden. Und dann muss ich ihn ausmachen. Und fünf Minuten warten, bis er abkühlt. Das war unser Truck. Ohne Kühlung. Wir finden noch ein Caddylag, okay? Ja, du läufst einfach in die Backe in dem Spiel. Crazy, oder? Ja, du läufst einfach in der Zeit, dass ich so hart versucht habe und so weit war. Aber im Endeffekt, es geht gar nicht mehr so. Ich hatte, dass ich mich einfach als Kompliment an, okay? Aber im Endeffekt, es geht gar nicht mehr so. Eine Sache, ich weiß nicht, warum. Es geht gar nicht mehr so, wie hart du versuchst. Ja, den Kühler kann man mit einer Bürste wieder schön bürsten. Oh, ich hab den Sprühöl so vergessen. Ich würde mein Auto sauber sprühen. Ja, es ist genau okay. Du hast alles in der Mitte gehalten. Und obwohl ich versucht habe, es zerfällt. Was es für mich bedeutet, wird wirklich eine Erinnerung von dem Zeitpunkt, wenn ich so hart versucht habe und so weit bin. Aber im Endeffekt, es geht gar nicht mehr so hoch. Das Auto ist so schrecklich hoch, ne? Ich hätte es nicht mehr so hoch, um es zu verlieren, um es zu verlieren. Aber Leute, haben die Sauberat geknackt, merke ich gerade. Aber im Endeffekt, es geht gar nicht mehr so hoch. 200 Kilometer. Ja. 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 Ey, ich hab mich voll angestrengt. fall to lose it all. But in the end, Digger, it doesn't even matter. Das hört man, Digger. Ja, ich hab mir Mühe gegeben. Das ist ein One-Take, aber ich hab mir Mühe gegeben. Vielleicht, wenn ich es dreimal singe, wird es ein bisschen besser. Aber ich hab mir Mühe gegeben, okay? So viel Mühe, wie man sich um 3 Uhr nachts geben kann, damit die Nachbarn nicht wach werden. Coyote Time hat gewonnen. Wer hätte das gedacht? Chat, könnt ihr helfen, der Design-Penis zu finden? Arbeitest du noch was nebenbei? Bro, deine Mom zu befriedigen ist schon sehr anstrengend. Das ist, ob ich nebenbei noch was machen kann. Ich hab mir gedacht. Chat, geht ins Ohr. Bleib mir kommen. Ab! Es scheint, als wenn wir von einem französischen Sender übernommen. Ja, jetzt bist du ja da. Jetzt kannst du uns das sagen. Was hast du da auf Französisch gelabert? Hast du da irgendwie einen Religionskrieg gegen den Vatikan angekündigt? Oder was ist da los? Und jetzt geht's. vier jahre französchen ich habe nichts verstanden stark sagst du passte gut in der schule auf ja ok chill halt ich hab das vorher nur kontext gehört und dachte dass du das gesagt hast und nicht dass es aus dem radio kommt er hat mich angegriffen finger weg gas 10 liter ist auch empty ich habe schon lange nicht mehr den ölstand unseres autos gecheckt der präsident hat angeordnet dass alle bananen der bevölkerung eingesammelt werden und spezialisten machen sich sorgen um die potassium einnahmen der bevölkerung deshalb hieß die datei banane nein öl kommt in den motor junge fast voller tank dinge die wir hier eigentlich bei long drive nie gesehen haben die giraffin ist ja noch irgendwo da liegen ja immer oder fast die hälfte leer oder wieder was rein kippen wenn wir hier schon was haben ha 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 hat ihr das gesehen wie cool ich einfach bin can you hear the silence can you see the dark can you fix the broken can you feel my heart die sind immer empty ne also duelt katana alter ne brotflasche alter ne brotflasche wir ist lava also bedrohte und weiter geht's can you feel my heart can you feel my heart can you feel my heart Das gab's bei Long Drive noch nie Spürst du es? Ich frage dich Spürst du es? Wenn du es spürst Dann ist jetzt die Zeit gekommen Das zu tun, was auch immer du denkst Du tun musst I'm scared to get close And I hate being alone I long for that feeling to not feel it all The higher I get The lower I sink I can drown my demons They know how to swim I'm scared to get close And I hate being alone I long for that feeling to not feel it all The higher I get The lower I sink I can drown my demons They know how to swim I'm scared to get close And I hate being alone I long for that feeling to not feel it all The higher I get Steini! Alles gut! Steini überlebt! Ich merke gerade, hast du einfach darauf vertraut, dass niemand deiner Audi etwas sagt, dass Twitch nicht passt? Ja. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen, ne? Mein Motor ist weg. Mein Motor ist noch da. Aber mein Ding ist rausgeflogen. Radio 2.de. Radio 2. Äh, es haben auch die Leute, die was eingeschickt haben, das waren nicht irgendwelche Leute, die irgendwie unbekannt sind oder so. Das sind ja Leute, die irgendwie aktiv hier im Stream dabei sind. Deshalb, denen kann man vertrauen. Dass die nicht den Stream hier killen wollen. Ja, es ist manchmal, wenn große Songs geladen werden, dann wie zum Beispiel jetzt Can You Feel My Heart, was irgendwie 80 Megabyte ist oder so. Ähm. Dann, äh, freest das Spiel kurz. Und dann war da wohl nach dem Freeze direkt ein Stein. Ich darf halt keine Waves machen. Ich musste, meine Sachen sind alle Wave und ich hätte eigentlich alle in den P3 machen sollen. Äh, falsche Richtung. Hey Mae, was geht ab? Dachte KI-Songs von Keggy gerade. Ne. Das sind keine KI. So gut kann keine KI mich nachmachen. So weit sind wir noch nicht. Ich werde es nochmal machen, was werde ich, äh, auch machen. Deswegen haben wir total vorbeigegangen. Ja, ich habe es auch nicht groß beworben oder so. So. Äh, doch KI, äh, ist mega mächtig heutzutage. Ähm, ich denke mal, wenn jemand meine Stimme nehmen würde und daraus zum Beispiel jetzt den Song machen würde, dann würde die KI nicht die ganze Zeit falsch und schief singen und zwischendurch einen Dagger reinwerfen. Wenn du dir sehr, sehr viel Mühe machst, vielleicht ja. Aber das macht sich keiner. Okay, nochmal Gas. Gas, Gas, Gas. Step on the Gas. Yes. Deshalb, ich bin da noch der KI voraus. Die KI kann mich noch nicht ersetzen. Noch nicht. Noch kann sie mich nicht ersetzen. So. Wärst du eigentlich lieber noch größerer streamen oder bist du zufrieden mit deiner Reichweite? Äh, ich würde am liebsten noch kleiner werden, weil ich hasse Geld. Und ich hasse es am, äh, Existenzminimum zu leben. Äh, ich liebe es, am Existenzminimum zu leben. Deshalb, ähm, wär schon geil, noch weniger zu verdienen. Deshalb, scheiß auf den Kapitalismus, weg mit dem Geld. Ja, verpisst euch alle, ich will kleiner werden. Alter, 44 Liter Diesel. Moment, da ist noch was anderes drin, da ist Öl noch drin. Äh, fui. 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 Da war eine Kühlung. Ba! Was ist dann Blut drin? Was wäre, wenn du die alle trinkst? Dann bin ich tot. Hier ist Alkohol drin Hier ist Wasser drin Bei großen Streamern kann man schlecht auf alles eingehen Ich gehe auch hier nicht auf alles ein Und wenn du deinen Chat vernünftig managst Dann kannst du auch den vernünftig lesen Außer du hast Keine Ahnung 80.000 Zuschauer Dann vielleicht nicht mehr Das nochmal ein Guess Blut statt Kühlmittel Vertrau Wenn du das sagst Bist du auch Mechaniker? Junge, fast voll Dass ich das mal hier erleben kann In Long Drive Radio 2 Das war Darren Cope mit Orpheus Lemon Aus dem OST aus Hedis Game of the Year Contender 2020 Gelöst für sein extra-archies Gatelay Und seine lebhaften Charaktere Und einen dieser Charaktere Schatze ich jetzt einmal Unser Kulturreporter Goulash genauer an Für ihre kulturelle Unterhaltung Okay Was haben wir hier noch? Noch mehr Gas Leute Unser Tank ist voll Hier ist Wasser und Öl drin Unser Tank ist voll Crazy Dass ich das mal erleben kann Ich könnte jetzt einfach Ohne anzuhalten Einfach jetzt so 2-3 Stunden fahren Ich hab zu essen Ich hab zu trinken Ich kann jetzt einfach 2-3 Stunden fahren Ja, fremde Werkstatt Und hier mach ich Zabzerab Das ist Gemeinschaftsgarage Für alle, die vorbeifahren Okay Dann lass weiterfahren Aber ich will halt immer noch Irgendwie ein cooles Auto machen Ich hab einen Traum, Chad Einen Traum von einem coolen Auto Ich weiß nicht, ob dieser Traum Noch in diesem Stream erfüllt wird Nimm einfach einen Bus Ja, bei mir geht's ja nicht darum Dass ich mehr Platz brauche Sondern ich will ein schnelles Auto haben Ich denke, du kannst auch mit Controller spielen Aber ich glaube, das willst du nicht mit Controller spielen Ich bin jetzt da drin Dann müssen sie dann Also ich will Überleμο Ich bin jetzt will, wie ein goodness Ich bin jetzt Soo Ich bin jetzt Bege Province Deine Ich bin jetzt Ich bin jetzt Schön Ich bin ja Ich bin ich Ich bin Awesome ime Damit Alles in Ordnung? Ich habe Schinken verloren. Leute, wo ich jetzt mal ein ganzer... Schinken hin? Ich hatte doch voll viel Schinken. Vielleicht können wir doch keine... Okay, ist nach vorne ein bisschen geflogen, aber ich hatte viel mehr als das. Irgendwie ist mein Schinken verschwunden. Jemand hat mir Schinken stibitzt. Mir fehlt ein Rad. Nö, ist alles dran. Bin froh, dass das Game nicht so buggy ist. Ja, das ist nett, dass dieses Game so gepolished ist. Heutzutage alles unfertige Spiele. Wenigstens das ist fertig. Ist egal, in welche Richtung man fährt. Du startest am Start der Straße, aber du kannst theoretisch auch ohne Straße fahren. Du startest das Spiel da, wo die Straße anfängt und dann kannst du die Straße langfahren. Wenn du keinen Bock hast, kann ich jetzt auch einmal links... ...nach links fahren über die Wüste. Vor allem berghoch ist dieses Auto so schwach, ne? Oder der Motor. Wo komische Leute bei dir ins Auto einsteigen? Welches Spiel meinst du? Wir haben zu viel Schinken geladen, deshalb so langsam. Wie man kann natürlich sein, ich habe 20 Liter Wasser und 20 Liter Diesel vorne rumliegen. Vielleicht trägt das dazu bei, dass ich so langsam fahre. Das ist so ein Horror-Game, wo du Leute rumfahren musst als Taxi oder so. Fahr doch einfach schneller. Okay, ich drücke. Ich drücke. Ich drücke jetzt Gas und W auf der Tastatur. Ich drücke quasi Doppel-Bus. Äh, Doppel-Bus. Bus. Sus. Sugoma. Jesus Christus. Ich drücke ganz fest W. Nein, du schickst nicht eine Mail an mich. Stimmende Treppe. Mario Mecker. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ah, wir sind zu langsam! Oh mein Gott! Das schon wieder. Diese dummen Rohre. Beispiel so. Ich geb das letzte Kerl an. Ich warte schon die. Ahhh! Ich nehm mich. Ahhh! Weil da draußen zieht die schwarze Natur. Weil keine Ahnung war. Muss den mal suchen. Das hatten wir heute noch gar nicht, oder? Pinodo! Dankeschön für 20 Monate! Einfach wieder was Neues gefunden. Ab heute kann man sich um liebchen Nerd bewerben. Oha! Chat, let's go! Wer hat Bock? Wer ist der größte Freak im Chat? Wir machen hier so ein Freak-Casting. Und den bewerben wir dann. Ja, ProSieben muss ja nicht wissen, dass du vergeben bist. Also es geht ja nicht darum, dort eine Beziehung zu bekommen. It's not me, it's not my family. In your head, in your head, they are fighting. With their tanks and their bombs and their bombs and their guns. Junge, wie lange ist der Berg noch? In your head, in your head, they are crying. In your head, in your head, in your head. Zombie, zombie, zombie. It's in your head, in your head. Yowchula! Zombie, zombie, zombie. Ich würde behaupten, ich bin ein Freak. Leute, die sagen, ich bin ein Freak, sind keine Freaks. Du bist schon mal raus. Wenn ich das Radio gerade sehe, wo du fährst. In your head, in your head, in your head, in your head, they are still fighting. Ich könnte einen Freak spielen, aber ich bin keiner. Und ich kann keinen Freak spielen, weil die hatten schon einen, der Freak gespielt hat. Das wäre irgendwie cool. Ich hätte der erste sein können, der Stuhl. In your head, in your head, in your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head, in your head, in your head, zombie, zombie, zombie. Ey, wir fahren die ganze Zeit nicht mal 50, keinmal. Oh, 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 eh, oh. Oh, 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 oh. Nee, ich hatte keinen Halsschmerz. Da war die Frau schon im Hals. Oh, Leute, ich glaube, ich gehe wieder ein bisschen gerade. Langsam verstehe ich den Namen vom Spiel. Ist ganz simpel. Aber heute ist das erste Mal, dass wir wirklich das Spiel sehen, wie es gespielt wird Wieso muss ich immer ein Arschloch zu mir selbst sein? Wieso ist das einzige, was mich am Leben hält, mein Selbsthass? Der Kain hing 20% Rabatt auf ihre Bestellung und oben drauf ein Gratis-Drive Also, worauf wartet ihr noch? Auf zum Burger-Bro! Oink, oink, oink! Howdy! Keine Ahnung, wo das kam Ich hätte jetzt gesagt, Jumping, äh, nicht Jumping, ich hätte jetzt gesagt Snow Death Es kam auch schon echt lange kein Ding ins mehr, ne? Kein Haus oder so Huch! Steini! Hier schon wieder, ein LKW Ah, scheiß drauf, vielleicht weiterfahren Die Welt ist random, ja Es gibt Seeds, wenn du startest, kriegst du ein Seed Ja, jetzt sind wir was reingeschickt, Bibi Wie du entspannt was singst Let's go, bergrunter! Vollgas! Und jetzt kommen wir wieder hoch Und doch nicht Okay, voll speed Und jetzt kommt noch einen Satz rein! Komm schon wieder hoch! was krieg ich für 300 euro meine dicke fette salami aller in den maul ok reifen fehlt unser ganzes gepäck fehlt motor ist da da ist die haube dahinten könnte der reifen sein da ist ein schinken die giraffe fehlt die ist bestimmt im auto irgendwo ich verurteile die scheiße aus dir raus kannst du es wagen müde etwas aufzunehmen ich wünsche euch einfach nur noch viel spaß mit dem nächsten song und ich wünsche die giraffe liegt bestimmt irgendwo noch okay ja sims 1 sims 1 einfach legendengame ich glaube das ist kein reifen dahinten leute das ist ein stein ja was machen wir wenn wir keine reifen finden versuch so weiter zu fahren meine ganze schinken hier da hinten ist vielleicht mein reifen ich habe kein ersatzrad dabei kein platz dafür wir fahren ohne giraffe nicht weiter soll ich das zum auto rollen lassen das wäre ein fataler fehler wenn ich das zum auto rollen lassen ich glaube wir finden den reifen dann nie wieder oder der rollt gar nicht enttäuschung ich glaube die giraffe ist ausgebrochen wir finden die glaube ich nicht mehr jetzt aber du hast das das ist ja du hast auch du hast Wie weit das weg ist. Kennt ihr dieses Alien, in diesem scheiß Meme, wo dieses Alien so tanzt mit den Händen? Das bin jetzt einfach ich gerade mit den Händen. Kennst du ein gutes Karaoke Spiel für den PC? YouTube. YouTube ist mein Karaoke. Aber Leute, mein Diesel ist weg, aber brauchen wir auch nicht, ne? Scheiße, Diesel. Ja, ist laut. Ja, ist laut. Okay. Das Problem ist nicht bei mir. Desert Bus Marathon 1. Ist nicht Desert Bus einfach das hier nur in langweilig? Einfach eine riesige Zunge. Weil das ist ja inspiriert von Desert Bus. Gehe ich vorne aus. So. Die Items holen wir hoch, indem ich da hinfahre. Wie neu. Oh. Da hinten ist noch ein Schinken. Das Problem ist nicht bei mir. Ich habe noch eine Lampe verloren. Ja, nur eine Lampe verloren. Okay. Ich weiß auch nicht, welcher Unfall. Ich will keine Abschiebung. Ich mach meine Ausbildung. Ich will keine Abschiebung. Ich habe zehn Jahre. Ich bin hier. Ich habe noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem ist nicht bei euch. Wir hören nun einen musikalischen Beitrag. Wirklich, das Auto ist so unkaputtbar, ne? Ah, hier ist unser Diesel. Das Auto ist so unkaputtbar. Der Eimer. Alle Infos und die Medien gibt es natürlich in der App oder auf www.radio2.de Radio 2. War hier nicht noch was? Da. Ja, ich finde keine andere Möhre. Greift da gerade mein Auto an? Da ist mein Ding jetzt. Das war ein guter Wurf. Moment, hier fehlt ihr auch. Fuck, es fehlen doch beide. Alter, liegt der andere. Oh, das war gut. Die ging nochmal in third person. So nicht. Oh, das ist nicht das Licht. Oh, das ist meine Scheiße. Tja. Wo ist jetzt mein Licht? Ich fahre mal kurz ein Stück noch hoch. Wo ich ungefähr umgekippt bin. Vielleicht liegt das Licht da oben. Ein Licht reicht. Ja, an sich schon, aber ist halt angenehmer, ne? So fürs Optische. Weil das Auge isst ja mit. Hier ist es. Hey. 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 Das ist ne Radkappe. Ja, wir finden schon an den nächsten Stationen ne neue Lampe, Leute. Die runden Lampen, die gibt's öfters mal. Wir finden schon ne neue, ne? Aber die Frage ist, Leute, wenn wir oft genug das Auto kaputt machen und uns auseinander bauen und wieder zusammenbauen und dann wieder neue Teile dran machen. Ist das noch überhaupt unser Startauto? Ab wann ist unser Startauto nicht mehr unser Startauto? Ja, geh auf, ist weg. Aber vielleicht bin ich mit nem neuen Freund. Und dann geht's. Alles gut. Alles im Griff. Radium 2. Dezember. Und der Obstum. Oder auf dem Post. Wie möglich. Der Game Gear-Conventer. 2015. Der machten Sechsmal das Gameplay. In seiner Weg auf die Rolle. Und in seiner vorliegende Zeit. Der Gründer und Beziehung ist neu. Nach dem Hauptpunkt. Wir kommen weiter nach rechts. ить Höhen. Geräusch. Zurück. 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 Ich mache ein Schläfchen. Darauf ist mein Schläfchen. Ja, unsere Tür fehlt. Unsere Deckel vorn und hinten fehlt und... Und unser ganzes Lager ist leer. Die Reifen sind alle dran. Ich meine, Türen und so ist kein Problem. Aber wir brauchen irgendwie vorne einen Deckel, damit das Zeug nicht rausfällt. Das ist nur ein Stein. Finde ich das wieder? Ich bin diesmal echt weit geflogen. Ah, da... Ein Reifen fehlt? Tatsächlich. Fuck. Da hinten ist es. Ah, da liegt alles. Hauptsache wir haben Wasser. Das ist Diesel, das ist nicht Wasser. Ja, ich hole erstmal Reifen. Fuck mich ab, dass wir jetzt den selben Unfall hintereinander haben. innerhalb von einer Minute oder so. Fuck mich ab. Fuck mich ab. Ich kriege ja das Auto nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß nicht wieso. Ist vielleicht irgendwie ein Reifen langsam kaputt oder so? Ja, hier liegt es auf jeden Fall alles. Und nochmal. Hauptsache Schinken ist da. Ja, Schinken ist nicht ganz so wichtig. Äh, Wasser ist wichtig. Und ich sehe unser Wasser nicht. Und ich sehe unser Wasser nicht. Da ist jetzt so ein bisschen das Doofe. I please you! Habt ihr hier nachher versprochen, Chat? Ich geb mir mehr Mühe, okay? Ich pass mehr auf. Das passiert mir kein drittes Mal. Das passiert mir kein drittes Mal. Alliup! Hohoho! Der war gut, oder? Spoiler, das passiert im drittes Mal. Nein! Nein! Von was bekommst du gerade Sinoblade Flashbacks? Ach, alliup! Ach, alliup! Ach, alliup! wirst du noch die drittes Mal. Wer ist denn noch der lástmode? Du bist und du das nicht. Ich bin noch der Gras. Ich habe ja also die drittes Mal. Ganz schön eblig heute. Äh, wir haben 230 Kilometer. Ja, dann muss ich jetzt bei der nächsten Station, wo wir ankommen, auf jeden Fall Wasser suchen. Und dein Schwanz ist riesengroß. Relatable, oder? Oh nein, den hat wir schon lange nicht mehr gehabt. Den hat wir schon lange nicht mehr. Wo ist mein Wasser hingeflogen? Ist einfach weg, ne? Einfach weg! Na ja, let's go! Vollgas! Diesmal mache ich keinen Fehler. Ich bin runter vom Gas. Ich drück nicht mal aufs Gas. Baby, baby, I have no story to be told, but I've heard one on you, and I'm gonna make you a turn. Jetzt drück ich sogar ein bisschen Bremse. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there. Mind you, sure, won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help healing. We could have it all. Rolling in the deep. Und Poppy, danke schön. Bring it to the top. Wer hätte gedacht, dass hier nichts drin ist? Das klingt immer wie Mario. Wir hätten das alles haben können, ne? Hätte ich den Cadillac gefunden. Dann wären wir richtig deep gerollt, Alter. Well,ака, in deryll göra. Rolling in the deep. You had my heart inside of your hands. And you played it to me. We could have it all. Rolling in the deep. You had my heart inside of your hands. Mann, wieso fährt denn dieses Auto so scheiße? Nein, es ist mir nicht ein drittes Mal passiert. Es war ein kleiner Unfall. Das ist nicht derselbe Unfall nochmal. Die Vergangenheit ist vergangen. Die Zukunft ist jetzt. Ich muss bald wieder Musik-Stream machen. Braucht noch einen Banger. Guten Tag, bin gut drauf. Veggie Hack war mein Kauf. In der Zukunft gar kein Fleisch, Tiere sind im Himmel reich. Einkaufswagen voll verkrompt, Lidl lohnt sich auf dem Mond. An der Kasse keine Schlange, Payback? Nein, danke. Geise durch die Zeit, unser Raumschiff steht bereit. Veggie Hack, Veggie Hack. Polonese. Geise durch die Zeit, unser Raumschiff steht bereit. Veggie Hack, Veggie Hack. Polonese. Okay, jetzt ist es wieder angenehm. Jetzt wieder nicht so schnell. Auch wenn ich schnell fahren mag. Aber mit dem Auto geht das glaube ich nicht. Deshalb ist das Auto ja eigentlich normalerweise so langsam, weil es nicht Schnelligkeit klarkommt. Und wenn wir ein schnelles Auto haben, das ist dann drauf aufgebaut, schnell zu sein. Geise durch die Zeit, unser Raumschiff steht bereit. Veggie Hack, Veggie Hack. Polonese. 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 Reise durch die Zeit, unser Raumschiff steht bereit. Veggie Hack, Veggie Hack. Polonese. Jetzt noch ein Raumschiff. Wie sieht es mit meinen Stats aus? Oh, ich habe Hungry und ich habe Durst. Leute, ich habe nichts zu trinken dabei. Wenn ich jetzt was esse, wird mein Durst auf Null droppen. Wir brauchen was zu trinken. Jetzt Magic Missile, bitte nicht. Pisse trinken. Ich habe keinen Behälter für Pisse. Ich muss mich leicht hinlegen und meine Pisse so in einem hohen Bogen in meinen Mund schießen. Was ist das Ziel? Du siehst es. Das ist das Ziel. Stimmt, ich kann in den Eimer pissen. Das sind wieder die Bunkernachrichten. Ne, ich habe Angst, nach einem Wasserturm zu suchen. Oh lol, wir brauchen keinen Wasserturm. Der Himmel ist auf jeden Fall ein Wasserturm. Cadillac, 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 Cadillac. Wo ist mein Cadillac? Wo ist mein Cadillac? Wo? Was ist das denn? Ist das ein Racecar? Leute, ist das ein Racecar? Der ist doch schick, oder? Ich glaube, der ist ein schneller Brummer. Da ist auch Wasser drin. Okay. Der könnte sogar, glaube ich, fahren, ne? Sieht schon lecker aus, die Zitrone. Reise durch die Zeit. Deine Wappen sind bereit. Wo sie raps nimmst, raps nimmst, raps nimmst, raps nimmst, raps nimmst. Ja, hier gab es auf jeden Fall eine Küche, ne? Und da ist was zu trinken drin. Da können wir auf jeden Fall unsere Getränke auffüllen. Und auch die Kühlung. So. Durst ist da. Irgendwo ein Behälter? Hier ist Alkohol drin. Hier ist ein Behälter. Wir nehmen das Racingcar mit, oder? Unser Kleiner hat hier schon sehr viel abgekommen. Da war doch eine Flasche. Ich verstehe, ich habe eine in der Hand. Und sogar eine sehr große. Ich habe eine sehr große. Moment, diesmal ist hier keine Küche? Aber kriege ich das da drunter? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ist das in der Welt? I am so hungry, I am so hungry, I am so hungry. Kriegt er da dran? Ich glaube, das geht nicht, ne? Ja, ich glaube, der hat da oben gerade ein Rohr fallen gelassen. Oh, yeah. Alles gut da oben? Es läuft auf jeden Fall was rein. Kannst trinken. Kannst trinken. Okay. Vielleicht habe ich gerade 70 Liter Wasser verschwendet. Okay. Okay. So, stellen wir mal hier ab. Ja, mal gucken, ob hier irgendwo noch ein Motor rumsteht. Oder ob wir unseren alten benutzen. Vorerst. Und dann halt einen neuen suchen. Oh sick. Alter. Stark. Letztes Mal lag ein Motor draußen. Das ist ein Hase. Lol. Ja, lass mal kurz reingehen ins Haus noch schauen. Und dann bauen wir kurz um, ne? Und dann bauen wir kurz um, ne? Die Reifen auf den anderen rüber. Und dann Racecar. Die Reifen auf den anderen rüber. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich weiß gar nicht mehr. Was ist das? Das ist das? Das ist das. Ich weiß gar nicht mehr. Kann sie die Giraffe ersetzen? Chat? Oder eher nicht so? Ja? Okay. Wie nein, so ne nette! Ist das für vorne oder für hinten? Oder für gar nichts? Was ist das für ein Ding hier? So, dass es nicht hier drauf geht? Was ist das für ein Gerät? Ja, hier war nichts mehr ne? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwie genug Türen oder so finden, um überhaupt was zuzumachen ne? Da ist auf jeden Fall ein Motor. Das ist glaube ich dasselbe wie bei uns gerade. Da wäre ne Tür. Wenn die überhaupt drauf passt. Okay, kann ich bitte meine Tür haben? Kann ich bitte meine Tür haben? Ich habe gerade nachgeschaut. Die Kühler brauchen Wasser, aber die Teile haben verschiedene Kühlkapazitäten. Kleine Cheater, wieso googelst du? Das ist auch nicht für das Auto? Wieso? Wir können jetzt nicht ohne Türen fahren? Ja, so können wir schon, aber... Weil du sonst die Kühler einbaust. Aber ich sage es euch, wir werden das bereuen. Ich werde gleich das Ding da einbauen alles, es wird fahren und dann wird es unterwegs nicht mehr richtig kühlen. Das sind zwei Hunde, die können die Giraffe doch ersetzen. Als ob hier nichts ist. Bei dem anderen Auto, wo wir waren, da gab es so viele Items, mit denen man hätte das Auto zusammenbauen können. Hier ist gar nichts. So, könntet ihr endlich die Fresse halten? Hier ist ein großer Motor. Das überlebt's, ne? Motoren sind nicht so easy kaputt zu machen. Hier ist es. Oder? Wirsegen sind... Wie läuft das? Dad überlebt's? Das wäre. ? Wurst?" Wurst? 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 Es geht wieder los. Schön auf Abstand bleiben. Hier ist eine Tür. Boah, Junge. Hatten wir Öl drin gehabt? Bin mir echt sicher. Hier ist Öl. Ja, Gas ist in meinem Auto drin. Wir können umfühlen, wenn das funktioniert. Weiß nicht, vielleicht ist das ein Dieselmotor? Ich hab keine Ahnung. Seht ihr die Zündkerzen? Boah, Junge. Was passiert da hinten? Müsste ein Benziner sein. Okay. Woher erkennst du das? Boah, Junge. Das ist ein Spoiler, oder? Der kommt oben drauf, oder? Geil. Wie auch immer das zugeschickt hat. Was ist dein Scheiß Problem? Durch das Teil rechts vom Motor? Okay. Die sehen alle gleich aus. Ja, zum Glück habe ich gerade ein bisschen Abstand, während die Musik läuft. Wir verbringen hier ein bisschen Zeit. Das geht. So. Der geht wirklich nicht hier rein, oder so? Der sieht halt von der Farbe so perfekt aus, ne? Das würde dazugehören. Aber ist er nicht, ne? Ähm, ja. Kühlung machen wir noch nicht rein. Ich muss jetzt leider zum Auto, Leute. Bitte nicht. Ich kann auch das hier dran machen, und dann muss ich zum Auto. Geht das hier dran? Äh, ich war noch im Keller, oder? Doch, da war im Keller. Da war doch nichts. Magic Missile! 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 ning Magic Missile! Patrick! Magic Missile! at 易 Was für Fotos? Ich fahre. Yo, ciao Felix. So, Schlauchy. Trifft das Ding überhaupt? Hallo. 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 Diese Nudel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist das Loch? Die Tür passt perfekt. Wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Moment, hat der überhaupt einen Tank? Muss ich aus dem Tank einbauen? Vorne rein? Vorne rein? Vorne? Wo vorne? Da ist nur Öl hier. Ist das ein E-Auto? Hä? Die Tür mal weg. Hä? Wie tankt man dieses Ding? Im Motorraum rechts. Der hat keinen Tank. Ja, wie soll ich mit dem fahren? Man kann doch Tanks gar nicht ausbauen. Das ist doch so bei LKWs. Hier! Einfach versteckt! Das ist doch so bei LKW. Was ist das? Das ist doch so bei LKW. Das ist doch so bei LKW. Aber wieso ist das so langsam? Schwacher Motor, das Ding ist riesig! Der Motor ist riesig! Ja, aber Öl muss doch in den Tank! Äh, nicht in den Tank! Achso, du meinst in den Tank hinten! Das ist doch so bei LKW. Das ist doch so bei LKW. Das ist doch so bei LKW. Das ist doch ... No! Das ist doch ein Ding! So, jetzt. Ja, das ist schon besser. Ja, guckt euch das Racecar an, Leute. Das ist ja ein riesiges Racecar. Haben wir da ein Radio drin? Wo kommen die hier Radio rein? Da ist ja gar kein Radioschlitz. Wieso ist hier kein Radioschlitz? ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ist das ein geiles racecar oder ist das geiles racecar das ist ja ein traumauto von jedem bastler und tüftler so viel platz crazy da fällt nichts raus aber ich muss komplett noch umfüllen da wird alles rausfallen nein lightning mcqueen ist das ja ja das wird das ist ich habe ja deshalb habe ich ja vorhin gefragt ab wann ist der käfer kein käfer mehr wenn wir die ganze zeit neue teile da rein bauen so und jetzt übernehme ich einfach die ganzen teile vom käfer und pack sie darüber und dann haben wir quasi immer noch den käfer kühler ist drin der geht ja nicht dran doch ja finde ich auch bierke aber dann müssen wir durch ich frage dich spürst du es wenn du es spürst dann ist jetzt die zeit gekommen das zu tun was auch immer du denkst du tun musst im scared to get close and i hate being alone i long for the feeling do not feel it all Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Gerät benutze ohne Licht. Das Auto hat doch Charme, oder? Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wo ist das Loch? Ich hungere! Oh mein Gott, ist das alles ekelhaft mit dem Schlauch! Der steckt doch drin, wieso kann ich jetzt kein Saft da rausholen? Stick in! Wieso kann ich jetzt kein Öl rausnehmen? Ah, jetzt! Ich darf nicht auf der Taschenlampe sein! Es ist abgerissen! Habs! Was ne Geburt! Du musst eigentlich langsam aufhören, aber jetzt haben wir ein nices Race Car! Okay! So, unser Schinken noch, Leute! Ja, das Radio nehme ich schon mit! Ich vergesse das schon nicht! Ich werd schon nicht das Wichtigste vergessen! Hab ich das Wasser schon eingepackt? Ja! Okay, haben wir noch irgendwas Wichtiges hier? Da ist noch Schinken! Binokular ist da noch drin! Das, doch, man kann's einbauen! Da kommt's rein! Okay, geht! Lass doch die Türen vom LKW klauen! Und hier ist noch ne Tür! Aufstehen Chat! Mega klingelt! So eine Scheißkarre! Aber dafür wird sie super schnell sein, diese Karre! Das ist die falsche Seite, ne? Die Scheinwerfer auch! Ja, wir haben nur einen Scheinwerfer! Hier könnte ich noch einen mitnehmen! Was ist mit den Lichtern hier hinten? Hier kann man nicht abbauen, okay! Aber wir haben auch welche hinten schon drin! Kann ich da vier Stück reinballern? Crazy! Da sind ja ziemlich viele Lampen! Du, ich blende alles weg! Ja, die Türen gehen nicht nach hinten! Okay, Leute! Ich denke, unser Racecar ist fertig, ne? Ist der Tank zu? Nein! Ich denke, wir haben ein neues Auto! Guckt euch dieses geile Wesen an! Geil, oder? Was ne Baggerkarre! Warte, hier kurz nochmal reinschauen! Das nehmen wir noch mit! Um zu gucken, wie warm unser Auto ist! Sogar Anhängerkupplung! Öl ist drin, Kühlwasser ist auch drin! Und ich hab Wasser noch dabei! Und ich hab Wasser noch dabei! Oh shit! Mein erstes selbstgebautes Auto! Ich mein, das ist gar kein Tacho, ne? Das ist nur die Drehzahl und Kilometeranzeige! Geht auch noch bis 140! Ja, dann nehm ich unsers! Der Inbegriff von DIY! Hm! Hey, Moment! Ich hab das von uns mitgenommen! Aber wieso zeigt das keinen? Ich bin so verwirrt! Ich hab das doch von uns mitgenommen und da reingesteckt! Deshalb stehen die Kilometer noch drauf! Wir brauchen kein TÜV geprüftes Auto! Es gibt kein TÜV! Apokalypse! Jetzt können wir mit dem neuen tracken, wie lange wir schon dieses neue Auto haben! Der Käfer war gut! Aber wir brauchen was Neues! Was eigenes! Das hat Charakter! the Aquallier in your head In your head Zombie! 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 Oh, oh, oh! Jetzt in your head In your head Zombie! 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 ��Ummelier E, O, Do, 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 Do. Okay. Verlenkt sich das besser? Das war ein Hase? Kann ich nicht sehen. Wenn wir diesen Racecar-Motor noch finden und den einbauen können. Boah, dann geht's ab. Ja, wenn ich jetzt so einen Fall baue, muss ich ein paar Teile mehr einsammeln, das stimmt. Was ein geiles Gerät. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich bin. Ich glaube, Leute, das ist ein Tacho da unten, aber der Tacho ist zu groß. Und es ist so in der Textur drin, dass wir es nicht sehen. Oh Mann, halt, ich habe echt zu viel Geld, aber ich weiß nicht, was ich da unten anfangen soll. Ja, das ist kein Problem, dafür gibt es ja den Kogieser. Aber was kann ich nicht sagen? Keine Ahnung, es sind aber 3,99. Eine Hörprobe von George R. R. Martin ist von 1.5. Band 1, gelesen von... Ich glaube, wir sind super schnell. Ich glaube, ich bin viel zu schnell. Aber ich habe das Gefühl, ich kann das Auto besser kontrollieren, als das davor. Ich glaube, damit kann ich viel besser Steine dodgen. Angst, ne, ich habe alles im Griff. Es ist besser als in den Liedern, als ich die Glänze fand, die ich im Fahrzeug versprochen hatte. Mein Tacho ist komplett einmal durchgedreht. Ich weiß nicht, ob wir jemals so schnell waren im Spiel. Sie sahen die Helden aus 100 von 100 herbeireiten, jeder noch glorreicher als der Vorabhänger. Sieg unter der Königskarte kam auf den Platz, bis auf Jamie Lannister allesamt in Rufnungen von welcher Mahl. Öl kocht richtig, wenn ich sehe. Ja, Öl hat doch zu kochen. Wir sind ja auch richtig schnell unterwegs hier. Mama, wir kommen! Das habe ich gebaut, Chat. Da passiert nichts. Das habe ich gebaut. Da passiert nichts. Das habe ich gebaut. Nicht mal ein Kratzer. Kein Blutfleck, gar nichts. Das ist Handwerkskunst, genau. Like a glitter town, there was lost and never found Fallen leaves, fallen leaves on the ground Ja Es geht ab, Ricky Ich habe selbst gebaut, das Auto Was hältst du davon? Can't get no job Can you spare time? Just one more hit, and I'll be fine I swear to God, this will be my last time The crooked little town, there was lost and never found Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground Run away before your ground, all the streets will beat you down Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground When it gets dark, in Pigeon Park What's in my head, will soon be fed By the, by the vultures, that circle round the dead In the crooked little town, there was lost and never found Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground Guck, da ist Kühlung drin Wasser Und es ist genau das gleiche, wie beim LKW Die Geisse kühlt nicht Der Kühler ist halt Mist, der ist nicht Mist Da kommt kein Wasser rein Da kommt was anderes rein Was lernen wir? Höre nie auf den Chat und bleib bei deinem Startauto Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves Ruh, even miteinander Ruh, it is Buk, da istotica Dasambulst Wie beim LKW Warden có Schüler Schnau obi Nee, da muss gar nichts geschrubbt werden. Und ich brauche keinen neuen Kühler. Das ist ein Kühler aus dem LKW. Ich fahre nun ein scheiß kleines Racing Call. Als ob das nicht mit einem Kühler fahren kann, der aus dem LKW kommt. Ich frage, nein, zu mir, war ich der Beste. Aber zu welchem Preis? 3,99 Euro im Jahr. Der Kegi ist ab. Jetzt den Kühler. Mann, ey. Ich habe denselben Fehler wieder gemacht. Jetzt schrubbe ich da drüber. Wie der Königsschrubber. Der war nicht so krass verrostet. Der war nicht mal ganz hin. Nur so ein bisschen. Guck. Guck. Wo ist der krass verrostet? Der wird gar nichts besser. Jetzt kann ich nochmal neu reinkippen. Habe ich meinen Wasserkanister liegen gelassen? Ich habe meinen Wasserkanister stehen gelassen. Du hast ihn offen gelassen. Jetzt ist es scheißegal, ob du offen bist. Da ist ja was drin. Ne, der ist noch da. Okay, das ist gut. Da kommt kein Wasser rein. Ja, der Mechaniker im Chat sagt, da kommt Wasser rein. Und der Googler sagt auch, da kommt Wasser rein. Aber mir glaubt ja keiner. Jetzt bist du einfach jemand, den ich wusste, wusste. Jetzt bist du einfach jemand, den ich wusste. Jetzt bist du einfach jemand, den ich wusste. Rodega. Was passiert? Ich schmeiß diesen Scheiß hier weg. Alle habt hier keine Ahnung von Autos. Saßt ihr schon mal in einem Auto drin? Das sind genau die falschen Türen, beide Seiten. Da kommt Blut rein. So, jetzt fahre ich wieder fünf Meter und das Ding überhitzt wieder. Hier ist noch ein Kühler und der ist jetzt krass. Wir können gerne auch einen anderen Kühler probieren. Das ist jetzt ein kleiner Kühler. Dein Kühler ist Trash. Mein Kühler kommt aus einem LKW. Der kühlt LKWs. Chuchu. Hör ich da etwa den Hypetrain? Alle einsteigen. Chuchu. Wie kann der Trash sein? 3,99 Euro. Jetzt. Kauf. Chuchu. Barrigant. LKWs. LKWs. MENGAR. LKWs. LKWs. Ich vermisse meinen Käfer Ich vermisse meinen Käfer Mein süßer Käfer Einfach zurückfahren, Käfer holen Du wolltest einen Racecar Ja, weil ihr meint ja, man kühlt das mit Wasser Käfer ist einfach Top Tier Jetzt hab du meinen Car und ich den Racecar findest Guck mal, wie cool das ist Der Käfer war mehr Racecar, halt gar nicht Der hatte halt einen krasseren Motor drin Das ist der schlimmste Part im Song Tut jedes Mal weh Kennst du nicht Herbie? Ja, kennst du nicht Lightning McQueen? Was glaubst du wärs schneller? Herbie oder Lightning McQueen? Herbie, nein, der ist doch nicht schneller Lost Lighting McHerbie Lighting McHerbie Aber Chat Wir müssen langsam aufhören Was für ein Unfall bauen wir am Ende? Was für ein Auto fährt der im Speedrun? Käfer? Was ist sie? Ist doch Isch doch Isch doch Wieso isst du nicht? Isch doch den Schinken Ich muss kacken Nein Zeit Also Der Projekt Gabriel warte jetzt hat er gegessen hallo 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 was passiert hier wieso habe ich jetzt einfach so einen Reifen verloren ich habe mir so einen Kiefer Wieso läuft der Öl aus meinem Motor raus? Was passiert hier? Wieso kann ich den nicht mal draufpacken? Wieso kann ich den nicht mal draufpacken? Wieso kann ich den nicht mal draufpacken? Vielen Dank.